So, mal gucken, ob es heute funktioniert, wie es sein sollte. Beim letzten Stream hatten wir so ein bisschen Rückkopplung. Aber mal gucken, ich bin mal gespannt. Ich bin auch nicht. Bei mir dauert es noch kurz. Bei mir muss es wahrscheinlich erstmal kurz noch die Lina von meinem Kanal vertreiben, weil die hoste ich gerade noch auf meinem Twitch-Kanal. Was für? Die müssen es eigentlich theoretisch gleich umschalten. Oder es macht es halt einfach auch gar nicht. Ah, doch. Ja. Jetzt scheint es zu gehen. Na gut, dann mache ich doch schon mal die Ansage für die Leute, die sich das auf YouTube wie immer im Nachhinein reinziehen, sage ich schon mal herzlich willkommen zurück zu Earth Defense Force 5. Meddax ist auch wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Meddax, bist du bereit? Die Welt wieder zu retten? Immer. Auf jeden Fall. Immer. Wir retten die Welt. Ein bisschen Kollateralschaden gibt es immer, aber hey. Richtig. So was kann passieren. Davon dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Vor allem die Klingung da kriegen wäre. Ja. Kann schon mal passieren. So. Jetzt müssen wir allerdings trotzdem noch mal so ganz kurz warten, bis bis soweit alles läuft. So, ich gucke gerade bei mir noch mal hier im im Hintergrund. Also mein Stream scheint zu laufen. Ich mache noch schnell mein Dashboard bereit. Ach ja, immer diese schöne direkt live und loslegen Sache. Den, 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 den. So. Ampadampada. Gut. Also bei mir muss es soweit alles okay sein. Ups. Okay. Ich gehe mal schon mal ins Hauptmenü. Ah, okay. Ja, ich warte auf deinen... Achso, ja, ich muss ja erst mal deinen Raum erstellen. Auf deine Einladung. Ja, gib mir einen kurzen Moment. Kann ich Raum erstellen? Du kriegst alle Zeit der Welt. Diese coole Musik im Online-Screen. Ui. Ihr habt tatsächlich auch schon einen Zuschauer. Hallo, guten Tag. Guten Abend, nebenher. Ja, bei mir trudeln sie noch nicht so ganz ein, aber... Jetzt kommen sie. So, guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, so. Ich muss erst mal einen Raum erstellen, damit ich den Medax einladen kann. Das passt sogar noch alles. Heißt noch alles, genauso gleich wie beim letzten Mal auch. Alles passt. Alles ist gut. Ich erstelle einen Raum. Und diesmal weiß ich ja jetzt, wie ich dich einladen muss. Ähm, wo haben wir es denn? Send it in with. Einladung müsste raus sein. Ja, habe ich auch was bekommen. Ach ja. Level 26 waren wir stehen geblieben. Genau, wir hatten ja... 25 Missions... ... haben wir durchgeknüppelt in 5 Stunden. Richtig. Jetzt haben wir auch schon wieder keinen Zuschauer mehr. Der ist wieder geflüchtet, nachdem ich guten Tag gesagt habe. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal echt vergessen, unter den Stream nochmal deinen Kanal zu verlinken. Oh, wie kann das bloß passieren? Wir haben es ja nicht mehr gemacht. Ich kann es nicht versprechen. Ich kann es nicht versprechen, wenn ich es nicht wieder vergessen. alles gut so, was haben wir denn, was erwartet uns denn Wir confirmed the large number of aggressive alien species BEATER also BETA although they are in complete was, completely evacuated area yeah, it's only a few kilometers from the city we must automate once the extermination team has been sent to the scene they'll destroy the enemies and rifles from range link up with the extermination team and offer support alles klar okay Bist du bereit? Ich bin bereit Du bist bereit? Ich weiß gar nicht, welche Klasse hab ich denn ausgewählt? Auch Air Raider? Nee Nee, du hast doch mal hier den Fenster gespielt oder nicht? Ja, ich fang heute auch wieder mit dem Fenster an Ja Ich nehm heute wieder ein Fenster Bin heute wieder ein bisschen offensive damit Ja, ich würd sagen Ich weiß ja nicht, was uns erwartet Deswegen ist es immer schwer, vorher abzuschätzen, was ich mitnehmen soll Da ist Sniper Team Also irgendwie bestimmt was auf Distanz Ja, dann nehm ich mal die zwei Gallic-Kanonen mit Würde schon gehen Ja Distanz hört sich immer gut an Bada Bada Okay, ich würd sagen wir starten rein Go 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 Wir haben überhaupt auch immer beim Aufnehmen irgendwas passt immer nicht mit dem Sound Irgendwas stimmt nicht Furchtbar Furchtbar Oh mein Gott Oh mein Gott Äh Äh Mhmm Joa, dann mach mal, Mäderz Ja, ich schieße das, ne? Oh, wie war das denn? Warte mal, ich hol mir erstmal hier so ein paar Soldaten So So Okay, ich schieß auch mal auf die Distanz Feuer Hohoho Ich hoffe, dass das Spiel Oh ja, da ist auch so ein Großer mit dabei Ja Alter, der Rückstoß von meinen Gallic-Kanonen fetzt mich immer weiter zurück So Alter, wenn wir meine Soldaten nicht immer vorne ran laufen würden Könnt ich auch besser schießen Boah, ey Ich hab natürlich falsch geachtet, ne? Ist doch nicht ein Fahrzeug oder so? Ja, das glaub ich noch nicht genug, ähm Die kommen ganz schön nah Wieso hab ich das Gefühl, dass ich schon wieder mitten im Radius stehe? Mittags räumt schon wieder auf, das ist gut Und das Waffenkiste Oh shit, wir werden flankiert Oh, erstmal reinhalten Äh Äh Ja, pisstig Eklig ist misstig Ich komm aus dem Miniguns, schießt schon gar nicht mehr raus Ah, dieser eine Penner, oh Ich komm aus dem Minigun Ich komm aus dem Minigun Ich komm aus dem Minigun Okay, wie sieht's aus? Von der Seite? Ja, wir kriegen Probleme von der Seite Knudelspinne im Anmarsch Boah, da sind wir heute mal ein bisschen mehr als sonst Ich glaub, du musst dich dann nach der Mission noch mal ein Tickchen lauter machen Ja? Ja, du Okay, Rückzug Ich hör dich grad nicht, meine Minigun sind zu laut Das ist aber echt so, ich hör dich grad wirklich nicht Ja, das erinnere ich gleich Ah, okay Jetzt hab ich's verstanden Haha Haha Männerhax, wir kriegen Besuch von der anderen Seite Ey, lass erstmal eine Seite Klee machen Ja, das ist aber nicht so einfach Haha, einfach kein jeder Alter, ich jetzt Boah, ich hab hier nur Dauerfeuer Boah, so viele Kisten Okay, versuch du in die Richtung, ich versuch in die andere Ah, okay Und wenn's geht, sammle ein paar Kisten auf Ich versuch's auch Oh shit, da kommen viele Oh shit Oh shit Oh shit Okay, ich muss schießen Ahhhh Sie alle ein bisschen fokussieren Schön auf dem Haufen Und dann kann ich die mit der Minigun über den Haufen schießen Das wird schon gehen Das wird schon funktionieren Oh oh, ich muss auch landen Rückzug Das heißt hier Rückzug Du musst meine Rückendeckung Das sie nicht zurückziehen Ja Gleich hat dir selbst getan Es sind eindeutig zu viele von da Komm schon Mercer wär jetzt echt gut gewesen Hätt ich mal mitnehmen sollen Da ist ja noch so einer Oh leer Ahhhh Ich hol mir den Großen Yes Okay, den hab ich Boah Weg Weg Was für die ganzen Ganz komischen Climber mit denen Da ist ja noch einer von denen Wie er ausweicht Okay, Meddax Wenn du Schussfahrzeug hast Sammle auf jeden Fall noch paar Kisten ein Es sind nicht mehr viele Gegner Ich bin schon dabei Sehr gut Ich sammle auch schon mal Ah Sind nur noch zwei Spinnen übrig Die können wir ignorieren Sammeln wir erstmal ein bisschen Kisten Farmen Farmen Oh shit, die machen die Spinnen kalt Komm schon Ich glaub wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Wir haben's geschafft Hast du da Zweifel drin gehabt? Nö Idiot 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 Warte, jetzt haben wir noch eine Waffe Wir haben uns gespielt gesehen Verdammt Nein, ich wollte aber noch die Waffenkiste Ach, schade Hab ich denn was Neues? Ich hab ne neue Scharfschützen werfen Ranger gekriegt Aber mehr auch nicht Ja, ich hab nur Updates gekriegt Nuklearsail An Mr. Ranger Aber Nichts Wir würden noch was jetzt Ein paar kleine Updates Mehr und nicht So, Wanna Jetzt müssen wir erstmal kurz Okay Ich muss nur noch unbedingt grad nochmal kontrollieren Ob auch der Sound soweit okay ist Wie gesagt Versuch die noch Versuch die noch ein Tickchen lauter zu machen Ja Gib sofort los Ich geh mal mit den Sound effects nochmal ein Tick runter Ist echt schwer bei dem Spiel Vor allem das war auf 50 eingestellt Standard Das ist Wahnsinn wie ein alter Spiel ist Ist das jetzt besser? Ja Viel besser Soundtechnisch? Super Optimal Ja Was ist eigentlich die nächste Mission? Rote Drohnen Rote Drohnen Ach ne Mittags ist wieder alleine Oh, keiner mag mich Rote Drohnen Oh je Okay, ich hab ein neues Gefährd Ich probier ihn mal aus Ich brauch was gegen Flugabwehr Also ich brauch was für Flugabwehr Wie gesagt Ich weiß noch nicht was Was hab ich denn so als Fenster Was hab ich denn so als Fenster? Der ist nicht gut Cannon Shot wäre vielleicht nicht verkehrt Jawohl Schild Jackhammer Irgendwas mit Raketen 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 sind immer gut Raketen sind immer gut Ja, die Armhounds werden nicht schlecht Raketen hört sich immer gut an Was ist denn der Leviathan eigentlich? Aha, wie schnell läuft der nach? Zwölf Sekunden Och ne Ich probier's mal mit den zwei Armhounds Wenn die nix Wenn die nix Wenn die nix nützen hab ich immer noch die Gatling Gans zur Not Das funktioniert immer Funktioniert einfach immer Gatling Gans vor dem Wind Okay Ja, dann wollen wir mal gucken Kann ja nur gut werden Wie immer Definitiv Don't let them drag you Down Aranea Red-Color-Drones confirmed Okay So Hast du gehört, was der eine Fenster grad gesagt hat? Der hat sieben Drohnen schon abgeschossen Wow Du geiler Typ Aber Holla Feuer Okay, die Drohnen sind verdammt schnell Da kommt ja nicht mal die Rakete hinterher Die Rakete kommt nicht mal am Ansatz 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 hinterher Ja, komm schon Ich find's witzig, dass die eine Drohne immer noch von vier von meinen Raketen verfolgt wird Das ist jetzt Ja, stimmt Dich auch grad Ja, jetzt hab ich sie getroffen Okay, sie greifen wahrscheinlich jetzt an Alter, was hält'n die aus? Die hält ganz schön aus Okay, ich glaub' der kleine Okay, ich glaub' der kleine Armhound nützt da gar nix Okay, doppelt Minigun Uah, da ist sie Aua Entschuldigung Oh Hä, ist aber so wie die Was halten die aus? Gibt's doch nicht Ich hol' mir mal hier die Soldaten Und dann gucken wir mal Alter Ja Der Zweifel kassiert gerade Hä, denn Das ist nur eine Drohne wohlgemerkt, ne Äh Das macht mich ein bisschen nervös, dass die halt einfach nicht sterben Warte, ich helf' dir mal mehr dazu Psygisch wird er fast tot Ja, ich Aber die eine Drohne, die hat hier mal so locker zwei Stück abgekriegt Boah Bis drei Ja Sag mal, was friskst denn das Ding? Ja 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 Alter Ich komme ja nicht gegen an Nee Ich kann mich auch nirgendwo heilen Ich merk's grad Ja Ja wenigstens schon mal eine Drohne wäre ja immer nicht schlecht wenn ich ihn abschürzen würde Ich komm' nicht gegen an Ich seh's, ich versuch' zu wieder zu kommen Ja, alles cool Versuch' mal dein Bestes selber da Irgendwas machen wir verkehrt hier gerade Ich hab' schon so'n Gefühl Die halten auch einfach nur ultra viel aus Ich versuch' die grad mit Raketen zu zu spammen Boah Hast du auf, hast du den Stärke gerade umgestellt? Nein, hab' ich nicht Ich konnte dir leider nicht viel Lebensenergie geben Ja, das tut Die sind aber auch ultra schnell Ja, irgendwas stimmt nicht mit den Dinger Das haben die jetzt auch gerade erkannt Ja, irgendwas stimmt nicht mit den Dinger Das haben die jetzt auch gerade erkannt Ich bin schon wieder down Jetzt kann ich dich aber leider Oh fuck, ich bin auch down What? Was ist denn mit den Dinger? Total viel Erstmal guten Abend an alle die gerade eingeschaltet haben Okay, wir müssen noch mal Wir müssen noch mal zurück Ich brauch' andere Waffen Moin, Abix Ja, ich muss auch noch Eine andere mit mir Hey, was wird das? Ja, ich brauch' irgendwas, was mehr Feuerpower hat Also, die Armhounds kannst du knicken Die bringen überhaupt nichts Eine Gallic-Kanone? Ich mein', die macht immerhin 500 Schaden Ja, weißt du was? Ich probier's einfach Ich mein', was Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt gerade nicht Ich mein', ich könnte doch ein Schild mitnehmen Mal zur Sicherheit Ein Spiegelschild Welcher von denen hat die meiste Durability? Der da Der hält am meisten aus Ich kann Ich nehme mal ein bisschen Armor mit Ja, ist auch ne gute Dass ich zwischenzeitlich heilen kann Ja Guten Abend an alle die einschalten Ähm Okay, dann Die erste Runde haben wir jetzt mal richtig böse auf den Sack gekriegt Aber richtig So richtig böse So richtig böse Okay, dann Wir haben jetzt andere Waffen dabei Mal gucken, ob's besser klappt Okay, ich hab' jetzt mein' Schild Ah, scheiße, ich hab' das Schild auf der falschen Seite Naja, okay, gut Wir sollten uns erstmal eine rauspicken Nein Die Frage ist nur welche Ähm Probier's mal mit der da Ups, knapp daneben ist auch vorbei Warte mal Boah, das ist schwer abzuschätzen Boah, das ist schwer abzuschätzen Erstmal eine treffen Ist ja lautisch die Kunst Hast du irgendwas womit du die wirklich anlocken kannst da oben? Naja, wenn die CE ganz einmal treffen Oh, komm Verdammt Vor allem wie halt keiner trifft mehr Nicht ein einziger Einen hab' ich getroffen Aber der hat nicht reagiert irgendwie anscheinend Der hat nicht reagiert Okay, ich hab' mir mal die Soldaten geschnappt Ich rück' jetzt mal ein Stückchen näher auf Komm, dich treff' ich jetzt Boah Es muss eine sein, die mal näher kommt So wie die hier Okay, und Feuer Ja Ja komm Weißt du was? Jetzt reicht's So, wenn ich jetzt nicht eine treffe, dann weiß ich auch nicht Also Sag' ich doch, die Miniguns funktioniert immer So, ich hab' eine angelockt Okay, mal sehen wie viele Gallikschüsse die aushält Die hat jetzt schon drei Stück Okay, das war ein Baum Das war eine... Ja, das war eine Ampel Okay, das mit dem Schild funktioniert aber relativ gut Wissen Wie wird das Töne? Hier kommt's irgendwie nicht so vor, als ob die überhaupt Schaden Nee, tun sie auch nicht Ja, kannst du draufschießen wie du willst? Das Problem ist, jetzt haben wir sie halt alle an der Backe, ne? Naja. Sie sind ultra... Jetzt habe ich sie getroffen. Schild hoch. Okay, die sind so schnell. Ich komme da gar nicht mehr her. Wir sollen weiter kämpfen und Daten sammeln. Na gut, dann machen wir das mal. So lang bis sie uns wahrscheinlich überrennen. Ich habe eine abgeschossen. Sehr gut. Eine ist down. Man darf es immer weiter schießen. Also sie sind nicht unzerstörbar. Sie sind nur äußerst hartnäckig. Yes, wieder eine down. Wow, die lässt aber gleich... Oh, die hat drei Waffenkisten fallen gelassen. Sehr cool, wie sie gleich. Oh, da ist noch eine down. Sehr gut. Wir kriegen sie langsam. Nur langsam. Das war noch ein Volltreffer auf der einen. Mist, das ging daneben. Ich versuche mich immer erst mal auf eine zu fokussieren, aber es geht halt nicht immer. Maddox, pass auf. Ich habe auch keine... Ich habe keine auf mich nicht gereppen, ey. Kannst du nochmal dieses Beacon hinstellen, wo du dich heilen kannst? Nee, nee. Okay, dann müssen wir eine Drohne abschießen. Weil die lässt... Die lässt nämlich meistens immer ziemlich viel auf einmal fallen. Ja, da ist eine down gegangen. Ja, dann bediene ich mal da vorne. Das sind lauter Medikits. Ja. Vorne rechts bei den Bahngleisen sind noch mehr. Oh, ich habe noch eine Drohne abschossen. Ja, das können wir gehen. Okay. Wie gesagt, vorne rechts da die Medikits sollten wir uns vielleicht aufheben. Wird das auch Waffenkisten mit sein, ne? Ja. Wir können ja probieren, vielleicht nur die Waffenkisten abzugreifen. Ah. Ah. Putz. Erwischt. Nur noch eine. Na, ist schwierig, da jetzt durchzukommen ohne... Obwohl, doch es geht. Da hinten sind nur Amokisten. Brauchst du Energie? Nee. Also, ich bin auch voll. Es sind nur noch zwei Drohnen übrig. Okay, mal gucken, ob ich sie da rum irgendwie anlocken kann. Wo fliegt denn die rum? Ja, die fliegt aber ziemlich hoch. Ich weiß nicht, ob ich die treffe. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie da rumgebekommen kann. Ich weiß nicht, ob ich sie da rumgebekommen kann. Ich weiß nicht, ob ich sie da rumgebekommen kann. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war ein Treffer. Das war noch ein Treffer. Scheiß, ich muss nachladen. Komm, halt still. Das war noch ein Treffer. Komm schon, komm schon, komm schon. Erwischt. Jawohl. Okay, nur noch eine Drohne übrig. Entschuldigung, die Kisten? Das krieg ich mal hin. Ich hab mein Fahrzeug-Eckmerzarte geholt. Das sieht sehr interessant aus. Okay, was hast du denn für ein Fahrzeug? Jetzt bin ich mal gespannt. Meddax hat ein neues Fahrzeug. Und ja, Epix? Also, die hier sind hartnäckig. Ich weiß nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir auf rote Drohnen treffen. Aber vielleicht hilft uns ja Meddax ein neues Fahrzeug. Mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, nee, sehr klar. Ja, Baby. Das Ding ist so mega cool. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Jawohl, Meddax übertreibt halt gleich wieder. Wo ist das Ding? Warte, warte, warte. Wo ist es? Da oben ist es. Ich versuch's anzulocken. Du bist auf unsere Leben. Meddax gleich wieder mit der Zielsucher-Rakete in der Herd. Das Ding ist eigentlich voll geil, weil das kann normalerweise viel mehr Ziele gleichzeitig anvisieren. Jawohl, der Meddax, der räumt jetzt auf mit der scheiß Drohne. Achtung, sie kommt. Ups, war ich da etwa? Ich schieß sie mal ein Stückchen zurück. Feuer! Oh, das war ein Treffer. Los Meddax, gib ihr den Rest. Ich muss mal sehen. Uh. Oh. Oh. Äh. Ja, in der Zielsuchkapazität muss aber noch ein bisschen gearbeitet werden bei den Dingen. Jawohl, hau hier doch Steine rein. Hau ab. Dabei ist er weg. Oh, Johnny! Komm, die ist noch. Eine geht noch. Wo ist sie? Sie ist irgendwo nach links abkauen. Mist, Drohne, elendige. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht, aber schieß einfach mal. Ey, das war das Gebäude. Oh, Mann! Jo, wie rüber geht. Hab sie. Ja, ja. Freizehansage. Okay. Das waren jetzt mal 10. 10 von diesen Drohnen. Ich freue mich drauf, wenn davon eine ganze Armee auftaucht. Mein Raketenwärter kann tanzen. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil das Fahrzeug ist geil. Das hätte ich auch gerne. Gar nicht. Highspeed Missile Group. Oh, ich hab was. Ich hab aber auch was Neues. Würden, Dings. Warte mal. Ah, jetzt muss ich mal kurz was. Noch mal in der Klasse abändern. Feenza. So. Egg Booster. Heilung brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Das ist Conceptual Booster, ja. Heavy Bomber. Ja, nimm mit, ne? Recoil Reduction. 40%. Hm. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber damit... Ja, damit bin ich besser. Ja, okay. Der Schild hat's aber jetzt nicht ganz gebracht. Ich mein, er hat schon funktioniert, kann man nix sagen. Aber, ja. Naja, die Heilung hat's auch ein bisschen rausgehauen, glaube ich. Das stimmt, die Heilung war auch nicht schlecht. So, was hab ich denn? Klippern sofort. Was kann man hier? Deathcrawler. Ich krieg keine gescheiten Fahrzeuge. Aber ich hab da was... Ich auch nicht. Aber ich hab da was Neues gekriegt. Ich wollte mal gucken. Ja, leichter Mörser. Wo warnt das? 180 Millimeter Kanone hab ich jetzt auch, ja. Highspeed... Missile Group. Used to laser... Launched 20 small Missiles. Ah. Dann nehm ich mal einen Ranger. Mit dem Ranger hatte ich, glaube ich, irgendwas cooles Neues. Ach ja, der Goliath. Ja, dann nehm ich mal einen Goliath. Und... Ja, die ist auch okay. Die können wir auch nehmen. Sonst noch irgendwas Neues? Schrotflinte. Hm. Ist so Sache. Okay. Gut. Ich bin, äh, ready. Lasst knacken. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Iron Wall. Äh... Egal, wir werden's sehen. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Nein. Nein, nein, nein. Niemals. Das sehe ich, ne. Jetzt hab ich schon keine Lust mehr. Warum, warum stehen wir auf dem Gebäude? Wegen der sich gehalten. Was da unten abgeht. Jawoll. Äh. Okay. Ich glaub, die hättest du nur nicht aktivieren müssen. Ne. Hab ich auch gemerkt. Oh ja, da hinten kommen sie. Na gut, dann... Hier, fress das! Hahaha. Okay, der Goliath ist cool. Ich gucke mal die Jungs von unten nochmal dazu. Ja. Ups. Okay. Die große Flamme bist du da? Ja, das bin ich. Gott sei Dank, du hörst zu mir. Ja, das ist der Goliath-Werfer, der ist cool. Wenn ich natürlich treffe. Aber ich sehe durch die Bäume nicht so viel. Oh Gott. Was denn? Sprich mit mir! Oh ja, ich sehe es da drüben. Ich schieße mal rein. Jawohl, Maddox räumt da drüben auf. Okay, dann halte ich die Mitte, wenn du da drüben bist. Ja. Bringt das schon hin. Feuer! Einfach rein, immer mit der Rakete. Irgendwas kommt da von oben. Enemy Landing Ships confirmed. Enemy Landing Ships confirmed. Oh, shit. Da kommt Verstärkung. Für uns? Nee. Ach, du Scheiße. Ja, da kommt Verstärkung. Okay, wo landen die? Wieder auf denselben Seiten. Ach, verdammt, das ging genau durch. Oh, da sind auch so, so, äh, so Artillerie-Fuzzis von denen dabei. Autsch, wen hat's denn jetzt erwischt? Einer der Aue macht. Ach, echt. Das sind die Aliens. Oh, fuck, die flankieren uns von links. Von meiner Seite? Ja, linke Seite, da flankieren sie auf jeden Fall. Wo, da kommen noch mehr. Okay, ich halt sie da hinten auf, irgendwie. Keine Sorge. Meddax hat jetzt wieder sein Spielzeug. Man sieht's da drüben, Meddax. Was ist da? Ah, ganz oben, auf dem großen Gebäude. Habe ich schon gesichtet, der ist schon angevisiert. Ja, ich habe ihm auch gerade eine Rakete reingewirkt. Ich glaube, ich habe die Beine weggeschossen. Wow. Verdammt. Die haben mich vom Gebäude runtergeschossen. Ich habe das kaputt, ich habe ein anderes Gebäude kaputt gemacht. Upsi. Wurscht. Verdammt. Okay, du hältst auf deiner Seite aus. Ja, ja, alles gut, hier soweit. Wie viele sind denn hier? Okay, ich gehe jetzt an die Front. Ruhe, da vorne. Kleine gegen große Kugel. Oh Gott. Hat nass. Boah, die halten aber ganz schön was aus. Hier, friss das! What's? Schon wieder neue? Wow, was geht denn hier? Oh. Da, stirb! Also. Okay, bei mir ist auf der Seite nur noch einer. Ja, das kann ich so nicht bestätigen. Der stellt sich aber gar nicht so blöd an, weil der weicht nämlich ständig aus. Ich kriege ihn nicht. Paraborik statt Panasonic. Was habe ich jetzt erst gesehen? Okay, ich versuche ein paar Kisten noch einzusammeln. Wir brauchen die Waffenkisten. Eigentlich brauchen wir auch die Armorkisten. Und dabei ist er ein Stift. Oh, hier auf. Bei mir kommt noch links noch ein richtig. Ja, ich bin auf dem Weg. Wie schlimm ist, da kommt noch ein ganzes Landungsschiff, ne? Halt, Moment mal. Ich habe ja selber ein Fahrzeug. Aha. Aha. Okay, ich habe eine Menge Waffenkisten gerade eingesammelt. Es sind auf jeden Fall noch ein paar mehr. Okay, du hältst den Schach mit deinem Raketenwerfer. Ich bin dabei. Oh, shit, die kommen von der anderen Seite. Okay, Carmen Ryder ist wieder einsatzbereit. Hä, fängt sie dann zu schneien? Tatsächlich. Schieß dir die Beine ab! Damit rechnet ihr nicht, meine Freunde. Wow, wow, wow. Das nimmt gar kein Ende. Nein! Verdammt! Das ist zu glatt! Für ein Motorrad auf Schnee ist es gerade nicht so geil. Okay. Da! Ja! Haha! Ich vergesse immer... Hallo? Scheiß Fahrzeug! Komm schon! Die können denn eigentlich die Arme und Beine nachwachsen? Aber da kommen noch mehr! Da kommen noch mehr! Ja, ich kümmere mich gerade um drei Stück, die hier so... Okay, es sind doch mehr als drei. Okay. Uh! Alter, das hat mehr Wumms, als ich gedacht hätte. Oh! Scheiße! Geh weg, du Frosch! Ich hab hier noch drei Stück. Äh, zwei Stück. Drei Raketen, komm! Da kommt Mettags Verstärkung! So, jetzt. So, jetzt müssen wir noch zwei sein. Ja. Jetzt müssen wir noch... Ja, obwohl es sind noch zwei. Drei! Jawoll. Da liegt noch einer. Oh ja, der hat gefressen von dir. Und von mir auch nochmal. So, wo ist der letzte? Versteckt sich da hinten, ja. Ich hab'n getroffen. Ich auch. Ich versuch gerade noch ein paar Kisten einzusammeln, weil das der letzte ist. Oh ja, gute Idee. Au, 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 au. Auf auf mich zu schießen, du Sack. ich hab schon noch eine Waffenkiste mehr ist ja wir haben gewonnen der Goliath ist halt echt mega gut hier bei der Axe also ich muss zugeben ich bin überrascht ich bin sehr überrascht aber die Goliath ist halt echt glücklich gut oh ich hab richtig gut gekriegt und 80 Millimeter Kanone Blacker E1 Tank ich hab leider nur was Neues für den Wingdiver gekriegt aber dafür sind ziemlich viele andere Waffen einfach aufgestiegen das ist sehr gut vor allem die eine die ich da verwendet hatte und zwar die wo ist sie da die da da die ist hochgegangen Blacker A1 Blacker E1 was ist das denn ähm das sind glaube ich normale Standardpanzer ja das glaube ich auch ich brauch irgendwas stärkiges als von Baffel nix granel ach stimmt ja kannst du dich noch dran erinnern die Aliens haben ja was ich glaube du schallst leicht Black ich schalle leicht ja das könnte aber auch daran liegen dass äh dass man das bei Maddox doppelt hört das ist irgendwie so ein bisschen Problem aber du meinst von mir im Stream ja das ist bei dir hört man das quasi was ich sag nochmal doppelt das hört man dann als Delay 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 ich guck mal ich guck mal gerade kein Problem ist ja kein Problem wisst ihr bei mir habe ich das ganz einfach gelöst weil bei mir höre ich den Maddox nämlich über Kopfhörer nur das heißt ich kann ich kann ihn quasi gar nicht doppelt wiedergeben bei mir kommst du einmal rüber ganz normal naja ich komm bei dir einmal rüber aber ich hör dich auf dem Fernseher du hast mich auf der Anlage oder? ja genau ja und das höre ich übers Headset ach ne Quatsch Quatsch nein gar nicht ich hab die auf dem Headset echt? ja ich hab Sound und sowas also Spielsound hab ich auf dem auf die Anlage und den Chat hab ich rein nur auf mein Headset das ist aber krass dann müssen deine Kopfhörer ziemlich laut sein und dein Mikrofon ziemlich gut ja kann sehr gut sein aber es könnte besser sein glaube ich naja egal wir müssen äh jetzt muss ich erstmal kurz nochmal durchlesen was wir machen müssen ja ach ne ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher aber ich würde mal schwer behaupten ich nehme da mal nicht den Ranger jawohl ja komm scheiß traurig ich nehme nochmal einen Ranger wird wird funktionieren wird bestimmt funktionieren am Ende hätte ich ein Fenster ne du steckst ja nie drin ne ne wir greifen wieder die Festung an ne solche Festung okay bleib einfach in der Nähe der Panzer das wird schon passen ja sowieso kein Problem wir sind immer vorsichtig kann ich eigentlich auf den Panzer ne kann ich nicht ich muss selber laufen okay wir haben irgendwas vor uns irgendwas ich seh's noch nicht was ist das Ameisen normale Ameisen ja die werd ich ja so ah ok ok das ist ein großer das Reflex erstmal Goliath zücken der lebt ja immer noch da oben auf dem Dach hä there's something in the sky die Drohnen wieder die Drohnen ich hab noch keine gesehen direkt bei mir oh ja da muss aber noch irgendwas anderes sein oh gut da kommt richtig was ich fett's einfach mal davor ich werd schon irgendwas treffen in den Haus da ist die Drohne ja Mist das sind aber die normalen Drohnen oder blöde Straßenlaterne komm halt still jetzt wär so ne Zielsuchrakete nicht schlecht Geh ich gleich los oh fuck was hat mich da jetzt erwischt naja das sind die normalen Drohnen die krieg ich auch so down sehr gut ja sehr gut alles easy bis jetzt die gehen noch blöde Ameise weg mit der blöde Drohne warte mal ich brauch mal ein Gefährt ja das wär echt gut jetzt grad gegen die ganzen Drohnen ich versuch mich um die Ameise zu kümmern irgendwas schießt da noch ach da du Sack oh die blöde Ameise ist mir grad voll in den Schuss reingelaufen oh was ich hab auch hier hab ich den erwischt hier lebt der immer noch shit da kommt noch mehr was ist denn jetzt oh ne scheiße das sind zu viele Landungsschiffe oh gott oh gott ja das ist ich hoffe du machst du machst guten Gebrauch von deinen Fahrzeugen ne mach ich nicht okay ich schieß oben in das Landungsschiff rein das muss weg bin ja dabei bin ja dabei ich steck aber grad echt mega Schaden ein schon ach okay eine Rakete konnte ich noch reinhauen boah ich brauch unbedingt bin ja dabei oh da kommt noch mehr wie viel hält das Ding dann aus komm schon geh verreckt da muss ich ein Fenster nehmen sollen jo ich hab's ach so das war nur eins scheiße auf der anderen Seite ist noch eins ja die Ragdoll Physik ist echt klasse oh ne auf der anderen Seite sind Riesenspinnen ich komm jetzt auch hier mit meinem Raketenwäscher gleich wieder ich werd verfolgt oder ja ich werd von Ameisen versorgt ich werde von Ameisen versorgt ach du scheiße ey eindeutig die falschen Waffen dabei für sowas okay ich muss näher ran an das Landungsschiff ansonsten kann ich nicht reinschießen also musst du mir ein bisschen Deckung geben ja ich hab die Grand das macht wieder auf nein nein ah fuck ist ich da nein mich hat ein blöder das ist die blöden Ameisen gehen mir mal direkt in den Schuss rein und mit Golian ist das halt so eine Sache weil das Ding hat echt einen großen Sprengradius oh noch ein Frosch so jetzt komm ich okay die macht wieder oben die Luke auf ich baller rein komm schon eine geht noch komm schon eine geht noch yes ach Mist ach das sind Mistviecher ach das sind Mistviecher ja hier sind überall Monster oh man ich glaub das wird ja da hinten komm schon komm schon das muss jetzt gewesen sein oh fuck oh scheiße stehen ja ich versuch grad schon das eine Landungsschiff hier yes okay wieder ein Landungsschiff weniger zum Glück gibt's hier genug Lebensäge oh mein Gott es kommt runter ja ja okay jetzt reicht's sterb okay der hat gesessen ja ganz coole Actionrolle muss man immer vorher machen bevor man mit der Raketen level schießt nein nein jetzt müssen wir da voll in den Schuss rein na klar durch die ganze Masse ist sie jetzt durch boah alter zwei Frösche drei Frösche vier Frösche ich bin gleich down oh scheiße ich bin down komm ich nicht gegen an ich versuch zu dir zu kommen ich hab's nämlich grad mit den Spinnen hier zu tun alles gut ich bin auf dem Weg wo bist du denn ganz da hinten ja ja oh ja ich seh die Frösche ich komm jetzt zu dir Alter Frösche frisst das joo ja ja lad nach super zwei ohne Waffen eine auch oft wirklich gegen ja die kriegen gleich nochmal ne Ladung der eine hat ne Wache wieder ja einer down eine Wache wieder ok einen habe ich ja wir sind drei zwei so jetzt haben wir keine Deckung mehr jetzt kommen sie ja ich kümmer mich grad aber kommen jetzt diese riesen Tanks was die Base das ist aber jetzt ungut ok ich bin auf dem Weg der Finne der Finne Trophäe gekriegt wuuhh öh denen ihre Basis läuft auf uns zu links ist ein Frosch da sind zwei Frösche boah hast du gesehen wie ausgeglichen ist ich jetzt ja alter die übertreiben ja überhaupt nicht stirb Fröschen da muss man gucken da vorne was soll man dagegen das ausrichten ja ja aha super emergency outpost is moving it's walking ok ich habe ein neues Fahrzeug bekommen du kriegst du immer neue Fahrzeuge ich will auch neue Fahrzeuge weil ich es kann ich muss jetzt auch mit dem Air Raider spielen bleibt nichts anderes übrig ich brauche neue Fahrzeuge ja ok den nehmen wir auf jeden Fall mit die Autocannon warte mal die 180mm Kanone wie schnell lädt denn die nach? äh reload 22 Sekunden boah das braucht aber schon ganz schön lange ne ja dann bleibe ich erstmal bei der Autocannon wie lange braucht die zum nachladen? 3 Sekunden achte 1,7 naja gut aber das sind Raketen ne warum nicht? probieren wir es einfach probieren geht über studieren jetzt bin ich mal gespannt ob wir überhaupt was ausrichten können jetzt gegen das Ding wir sollen uns mit den schweren Panzern treffen stand da gerade hm hätt ich vielleicht doch ein Tank mitnehmen sollen? ich hab ich hab nen Tank dabei ah ok also ja zumindest halt was man halt Tank schimpfen kann äh äh ja toll wie sie alle zurückgehen hm ich glaub wir sollten uns anschließen äh äh meine Waffen nichts aus machen äh Achtung pass auf den Fuß auf boah ja klar bei dem Gewicht von dem riesen Ding da oben so war die übertreiben ja überhaupt nicht ruhig Fuß da vorne kommt Drohnen das sind die roten wieder ne? ne das sind die normalen ach du scheiße einfach rückwärts laufen, schießen äh ich hab Schiss dass das Ding uns zerquetscht ey wir sind grad echt ungünstig ja als raushauen rapid fire cannon feuer oh god sag mal die Warnung Epilepsie ist hier nicht? ja oh shit weg weg und dann noch die Frösche hier ist jetzt zu geil sag hier echt jetzt? ja oh ja weil ich boah das geht da vorne ab boah ist wieder Tank alter los Kamui Bomber mach was aber die rücken immer näher ja irgendwie werden die auch immer schneller ne? ja okay ich hab versucht den rapid fire cannon reiz zu teilen immerhin haben wir noch die Panzer wow was denn? wo ist genau um meine Nase? ja nicht gut gar nicht gut wo sind die schweren Panzer? Vorsicht boah oh du heilige ähh mich hat der Panzer hier übern Haufen gefahren Ah, da hinten sind die schweren Panzer. Guck mal, Meddax. Jawoll. Sie können uns ein bisschen helfen. Meddax, kommt zu uns. Aua. Das schießt auf mich. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was auf die schießen. Oh, die ganzen Mistler kommen gerade auf mich zu. Ja, ich... Was? Oh, die Rake hier im Gang. Ach, du heilige Scheiße. Okay, gut. Ich bin in Deckung gegangen. Alter, wie groß? Boah, ich bin mittendrin. Ich bleib mal lieber hier. Bei den großen Panzern. Da fühl ich mich ein bisschen sicherer. Oh, fuck. Ich bin gleich da. Ich hab's gleich geschafft. Was? Boah. Ach du Scheiße, das sind da viele. Oh mein Gott. Oh nein, das war ein Fehler. Schießen die eigentlich auch mal? Okay, die macht ziemlich, ziemlich krass die Startplatte. Wie er durchs Haus fährt, hier. Oh, die Scheiße. Die Basis schießt auf uns. Das ist das Problem. Ich krieg mein Gefährt einfach nicht. Ich versuch mich erstmal vorsichtig zurückzusehen. Oh mein Gott. Guck dir an, was das Ding da oben alles rauslässt. Ja, ich weiß ja nicht, wo du da dran schießen sollst. Ich glaub, wir sollen auch gar nicht erstmal da dran schießen. Ich würde erstmal schwer behaupten, so ein bisschen rückwärts laufen tut gut. Das Problem ist... Die Basis kommt immer näher. Wow. Oh, ich hab hier... Ja, was hast du? Was zum... Ambulanz. Ambulanz. Lass mich mal hinten rein. Ich muss mich mal heilen. Hallo? Ich will da hinten rein. Erstmal ausruhen. Okay, ich bin wieder fit. Ich geh wieder raus. Die Laser-Cannons sind aktiviert. Oh, shit. Okay, Maddox, lauf einfach rückwärts. Ich glaub nicht, dass wir irgendeine Chance haben gegen die Dinger. Ich hab Blaulicht. Didu, 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 didu. Er hat halt wirklich Blaulicht da oben drauf. Das ist der Wahnsinn. Wer ist in Position? Ach, die Scheiße. Au! Das hab ich grad nicht mitgekriegt. Nein. Boah, irgendwas schießt auf mich. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Ja. Ich weiß es im Moment auch grad nicht. Ich hab, ich hab, ich hab einfach bein. Das scheiß, die scheiß Riesenbasis da oben macht uns solche Probleme. Au! 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 Alter, die hat's voll auf mich auf gesehen. Boah, die ganze Stadt wird klapp gemacht. Komm schon, gib mir mein Fahrzeug. Didu, 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 didu. Wo bist du? Ich bin hier. Da. Wir müssen in die andere Richtung. Ach so, ich dachte, ich heile dich. Didu. Ich versuch euch, ich versuch uns an Einheiten davon jetzt, ey. Scheißegal. Ich versuch uns an Einheiten von der Basis. Alter. Alter. Ja. Ihr wollt was davon? Wer kommt doch her? Ja, du. Ja. So, den hab ich erwischt. Ja, guck mal, die Jungs haben hier auch einen hingestellt. Was, wer haben die, wo haben die was hingestellt? Wow, fuck. Das ist ein, das ist ein Reparaturteil. Oh, cool. Okay, ich bin mal ein Stückchen weg. Ach, du meine Güte. Jetzt ist das doch nicht mehr normal. Aber von hinten kommen sie auch jetzt. Ja. Das guckt ihr endlich mal an, ey. Überhaupt nicht übertrieben, das Ding. Oh, shit, der schießt auf mich. Ah, fahr! Fahr! Ich sammle noch ein paar Kisten, wenn ich grad schon dabei bin. Brauchen bessere Waffen. Da hätt ich doch den Raketenwerfer mitgenommen. Ey, da sind noch ein paar Truppen dazugekommen. Irgendwo sind noch ein paar Gegner übrig, aber ist schwer zu sagen. Da vorne ist noch einer. Komm her! Ja, ins Gesicht, mein Freund. Yes. Ich glaub, der lebt noch. Wow. Warst du der Motorrad dabei, ne? Äh, nee. Ich bin Dings. Ich bin diesmal Air Raider. Dem hab ich die Beine weggeschossen. Ich versuch grad einfach nur in Bewegung zu bleiben. Yes. Okay, das müsste der letzte von denen gewesen sein, oder? Nee, hinten ist noch einer. Da kommt irgendwas. Da kommt noch mehr. Shit, ich hab einen Unfall gebaut. Oh, Gott. Oh, nein, nicht schon wieder die Drohnen. Oh, fuck. Okay, wir ziehen uns mal ein Stückchen zurück irgendwo hin. Oh, ich geh zu den großen Panzern darüber. Die werden mir helfen. Ah. Ich bin da mittendrin, denn du dabei? Subsequenten Attacks sind sinnvoll. Alter. Wir sind in einer kritischen Situation. Unsere Truppen sind mit komplett schuldig. Ah, ich bin da. 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 Ich habe keine Chance gegen die. Es sind einfach so viele. Da möchte ich jetzt nicht vorne drin sein, aber ich schieße einfach rein. Ich schieße einfach da vorne rein. Irgendwas treffe ich schon. Alter. Ich schieße einfach da. Dann bin ich es hierher. Ja. Nein, das ist das erste Mal. Ich sehe... Ich treffe zumindest noch. Ich hoffe, dass ich treffe. Ich muss aber die... Ich muss aber die Wackelkamera ausschalten, ey. Da wird mir übel auf Dauer. Alter. Kann man das rückhalten? Ich glaub schon. Ja, weil gegen die Effekte hab ich nix. Aber dass die Kamera die ganze Zeit wackelt, ey. Ich geh mal ein paar... Ich geh mal ein paar Meter weg von dem Ding. Boah. Kann ich das jetzt noch ausschalten? Settings. Komm schon. Äh. Screen Vibration. Off. Aus. Ah, viel besser. Zumindest wackelt es jetzt schon nicht mehr. Wo ist mir der einfach da sagen, wo man das macht? Einfach in Optionen, also Settings und dann Screen Vibration. Also Bildschirmvibration. So, so kann ich auch mal ein bisschen besser zielen. Jawohl. Da ist doch nur noch einer von denen übrig, oder? Zwei. Drei. Drei? Ich glaub, den hab ich mal mischt. Okay, ist nur noch einer, glaub ich. Jo, der hat grad ne volle Breitseite gekriegt. Hinten ist auch noch einer. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns, es müsste auch noch einer sein. Ich hab nur noch 14 Schuss. Ich such ihn mal. Und sammel noch ein paar Kisten auf den Weg. Ah! Ja. Oh, hier kommt noch mehr. Absoluter schlechter Scherz gerade. Ein was für welche? Wo schießt denn der hin? Oh Gott. Was ist denn hier noch einer? Ich feier grad die ganze... Ich feier grad die ganze Map ab. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Ist hier irgendwo. Hä? Wo ist der hier? Was ist das für ein Gegner? Ach. So ein Echsen-Dude. Der steht dir am Arsch der Welt rum. Da, 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 da. Stirb, du's da auch. Scheiße. Muni's alle. Wie er halt einfach nicht stirbt. Das ist ein schlechter Scherz. Er stirbt einfach nicht. Der. So. Oh shit, jetzt hat er wieder ein Witz. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Ich komm gleich wieder zurück. Ich wollte mich nur um den einen Dude hier kümmern. Ja, ist ja richtig. Ich seh, ich seh halt nicht mal mehr. Ich seh, ich seh, ich seh. Gucken, ob's trifft. Wir sollen uns zurückziehen. Haben die jetzt Glück gehabt? Ja, ich hab den letzten noch erwischt. Heule, die Weiß. Okay, hoffentlich hab ich jetzt mal was Neues bekommen. Rocket Cannon B. Joa, okay. Amol Vehikel. CE Garns. Meine CE Garns haben sich geupdatet. Nice. Ich hab nichts Neues bekommen. Also, ich hab schon zwei neue Sachen bekommen, aber halt nichts Geiles Neues. Ich will ein neues Fahrzeug. Hehehe. Hab ich nie irgendein anderes Fahrzeug mit, am besten. Sind wir jetzt wieder Untergrund? Ja, wir sind wieder im Untergrund. Oh, das heißt, ähm... Da müsstest du wahrscheinlich wieder deinen Depth-Crawler mitnehmen. Genau. Rocket Cannon B. Okay, was nehm ich damit? Irgendwas, was viel Schaden macht. Das Motorrad in der Höhle war eigentlich keine so gute Idee. Ähm, ich nehm mal mit... ...ein Granatwerfer. Vergess nicht, dass wir im Untergrund sind, ne? Ja, ja, ich weiß. Oder Napalm wäre auch nicht schlecht. Handgranaten? Äh, dann kann ich den auch nicht mitnehmen? Das hat keinen Sinn. Äh, äh... Wobei, der Goliath hat eigentlich auch schon... Der hilft ja eigentlich immer. Ja, das wird schon gehen. Ich hab ne Knarre dabei, die Schüssel, die ich abfeuer, äh... ...bouncen von den Wänden ab. Und das ist in der Höhle, glaub ich, sehr effektiv. Ja, ich brauch hier eigentlich nur den Depth-Crawler. Wahrscheinlich. Gut, dann nehm ich mal einen Ranger. Wird schon gehen, oder? Definitiv. Wir haben schon so schlimme Sachen überlebt. Oh, das ist ein Echsen-Mann. Hallo! Ich schieße auf ihn, okay? Du wirst hier? Okay. Jetzt! Du kriegst hier keinen... Du kriegst hier keinen Hundert. Nee, ich bin klar. Merke ich schon. Stepp da auch mal da unten. Jetzt hab ich noch wischt. Ich war jetzt hier eh ganz klein dafür unten schon. Ich find das cool, wie die Schüsse von den Wänden abbrunzen. Guck mal, Merke. Ich kann um die Ecke schießen. Ich glaub, da unten kommt grad ein paar Spinnen aus dem Loch. Ich schieße da mal rein. Ich hab irgendwas getroffen. Oh, da ist ein Frosch drinnen. Ich schieße einfach mal rein. Ja, dann tust du auch. Super. Ja, war der Raketen einfach doch nicht so die schlechte Idee mitzunehmen. Nö. Nö. Okay, ich rücke vor. Verdammte Scheiße. Oh, ho, ho, ho. Hey, du hast deinen Deathcrawler, ja? Jo. Jawohl, die ZG-Gans halten die Q zurück. Ja. Warte, ich räume mal da vorne auf. So weit, so gut. Okay, ich rücke vor. Gah, oh, ho, ho. Oh, shit. Okay, ich zieh mich zurück. Oh, ho. Verschwind. Ah. Ah. Okay, wo lang? Links lang? Es gibt rechts, geradeaus und links. Ja, ich könnte jetzt hier links reingehen. Wir gucken mal, wo die anderen Soldaten hinwollen. Die wollen irgendwie geradeaus. Ja, genau, geh du mal vor. Du hast einen Deathcrawler. Links seit... Links, links, links. Oh, shit. Oh, fuck, hinten, bis 9. Hey, das funktioniert gut. Ich schieße gegen die Wand und die ganzen Kugeln prallen ab und treffen die von oben. Nicht schlecht. Wenn es nur die Spinnen sind, dann haben wir kein Problem. Das ist nicht so, aber... Ich glaube, da kommen noch mehr von oben. Ja. Lade nach. Fuck. Es sind noch welche da oben. Oh, die hat gesessen. Oh, man geht so, das hier. Okay. Wir werden noch erkäfen. Nur noch ein paar kleine, kleine Spinnchen hier übrig. Alles gut, das kriegen wir auch so in der Kontrolle. Wo wollen denn die ganzen anderen Soldaten hin? Hey, wartet auf mich. Ja, wenn es jetzt nur noch die zwei sind, dann ist das ein bisschen zu einfach. Ja, irgendwas kommt doch hier bestimmt noch. Irgendwas kann ich nicht sagen. Ja, du hast es gut. Weißt du, du kannst einfach hochmarschieren. Ich muss hier den Weg... Oh, hier ist so eine Warmkette. Wo ist denn hier der Weg hoch? Oh, da. Ah. Einfach geradeaus. Ja, nix einfach geradeaus. Selbst die Wing Diver können einfach da hochfliegen. Oh, geil. Na, komm schon. Bin auch gleich da. Wartet auf mir. Hast du gleich... Hast du gleich schafft. Ich sag dir Zeit. Okay, ich bin da, wo es der Gegner ist. Einen gibt's noch. Der hört mir. Aua, Sack, stirb. Stamm, ich hab daneben geschossen. Greffer. Oh, shit. Du wolltest unbedingt den letzten. Jetzt kannst du den Rest alleine machen, ne? Ja, ja. Du mit deinem halbverreckten Deathcrawler. Ach, du Kacke. Ja, okay. Ah, meinst du. Ich schick ihnen mal eine Botschaft. Ich würd eher zurückgehen. Zurück in den Eingang. Bäh. Ja. Ja. Meddax, kommt zurück. Meddax, kommt zurück. Ja. In Eile. Ach, du Scheiße. Oh, shit. Ja. Jetzt wären deine ZE ganz nicht schlecht. Oh, shit. Ah. Haltet sie auf. Jetzt fühlt sie es ein bisschen an wie bei World War Z. Äh, echt? Ah, verpiss sie von mir. Hilft du oder wer? Okay, ich halte mal da vorne rein. Wow. Okay. Okay, wo bin ich? Ich weiß nicht, du bist mittendrin statt nur dabei. Ja, ich schmecke da schön. Ja, der Raketenwerfer ist gerade echt mega hier. Okay, wir können sie da und im Eingang aufhalten. Das funktioniert. Wenn wir nicht die ganze Zeit die Wingdiver vor die Schnauze laufen würden. Einfach reinhalten. Wingdiver vor der Wing! Was? Wingdivers vor der Wind? Nein, Fenster vor der Wind. Ah. Okay. Ich glaube, sie sind über uns. Oder unter uns. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ah, sie hängen ja an der Wand. Ich kann auch nichts machen. Sie hängt aber auch echt da blöd an der Wand. Scheiße. Ups. Ich habe aus Versehen mein Fahrzeug gerufen. Shit. Ah. Wo sind denn die? Oh, da unten ist so ein roter. Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Das war blöd. Okay, ich brauche dringend Unterstützung hier unten. Oh mein Gott. Ah, fuck. Ich bin am Boden. Ich sehe das schon. Mit Kreis. Danke. Huf. Das war nicht so gut geplant. Ja, ich kann dir auch nicht da wirklich jetzt gerade helfen. Ich will auch nicht sterben, der Kerl. Jetzt. Hey, der ist tot. Mich verfolgt ein Frosch. Er hat ja da rausgeballert. Ah, frisst das. Das ging direkt ins Gesicht. Blöden Fröschchen. Ich bräuchte unbedingt mal Lebensenergie. Der lebt noch. Ja, schieß du mal drauf. Ich suche mir mal schnell ein bisschen Lebensenergie. Er ist down. Er ist down. Okay, ich habe wieder ein bisschen Lebensenergie. Holy shit. Anscheinend wurde es ab Level 25 schwerer. Ja, kam mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen so vor. Deutlich. 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 Okay, ich bleib mal in der Nähe, Madax. Wie viele Soldaten haben wir noch übrig? Na, nicht mehr so viele. Da hinten ist noch eine. Oh nein. Das war's. Oh oh. Oh oh. Was soll das denn jetzt? Dann am Stufe 50 nochmal ein drauf. Nee. Ja, obwohl. Weil gut möglich sein. Wahrscheinlich. Okay, wie sollen wir jetzt da hinkommen? Ja, durch den Tunnel. Okay. Also hier ist auf jeden Fall ein Tunnel. Ich geh statt davon aus, dass es der ist. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich nur einen Weg, es rauszufinden. Ich guck mal. Bis jetzt sehe ich noch nichts, aber... Oh fuck, es sind die roten Ameisen. Halt's rein mit. Okay, okay. Ist ja noch zwei üblich. Okay. Oh shit. Oh, wie lang wir brauchen, um einen so eine scheiß Ameise umzubringen. Ich will mal was ausprobieren. Ja. Ich kann es ein bisschen lenken, die MGs. Merkx, stell dich nicht direkt vor mich. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Direkt hinter dir. Ja. Ja, schieb mich weg. Der Sack. Die MGs von dem Motorrad sind ziemlich stark, aber das ist halt hier in der Höhle die Unlebenheit auf dem Boden, macht es halt aus. Ja, ja. Okay, ich guck mal, was kommt. Spinne. Down. Oh. Ich kann nicht... Ich glaub, die hat getroffen. Fuck, da kommt noch mehr. Kommt immer mehr. Ausweg. Ist schwierig, da reinzuschießen, ohne irgendwas zu treffen, was direkt vor der Nase explodiert. Vor allem, wenn die hier die ganze Zeit rumhoppeln. Macht euch mal vom Acker. Oh, vorne reingeschossen, wird schon was treffen. Okay. So weit, so gut in Fragezeichen. Äh, irgendwo direkt vor uns. Ach, da. Okay, warte mal. Oh ja, da kommen sie. Stirb. Immer muss ich nachladen, wenn's grad lustig wird. Das ist gut. Du bist da unten und ich bin hier oben. Das heißt, wir können uns gegenseitig zumindest schon mal nicht mal auf den Sack gehen. Das ist cool. Ich kann einfach um die Ecke schießen. Oh, da kommt ne... Die hat gesessen. Ohne Scheiße, ich lieb den Goliath-Raketenwerfer. Das Ding ist einfach mega. Ultra stark, ultra schnelle Nachladezeit. Schöner Explosionsradius. Könnte nur noch zielsuchend sein. Holy shit. Wir packen es. Ja, wir probieren's zumindest. Ah, da kriegst du wieder so'n roter. Der kriegt jetzt richtig aus die Schnaufe. Ja. Erstmal richtig fett ins Gesicht. Boah. Okay, er hat schon mal keine Beine mehr. Und jetzt hat er gar nix mehr. Chill. Wir mögen Tiere. Wir machen's. Ja, ja. Die spielen nur, die schlafen nur. Die bringen sie ins Bettchen. Stopp. Er will halt einfach nicht draufgehen. Und da kommen noch mehr. Eieieieieieieieiei. Und wieder geht's lehnen. Hallo. Alter, das Motorrad in der Höhle ist Selbstmord. Aber irgendwie auch finde ich ihn wieder geil. Ich bräuchte einen Motocross. JAH! Und, Victor? Stopp. No need to move forward. Wait here. The Reinforcements will catch up with you soon. All ready to fire! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Oh ja! Nicht mehr. Okay, wo bleibt unsere Verstärkung? Okay, Verstärkung ist eingetroffen. Hey, Wingdiver! Komm mal her! Oh, das ist dunkel da drinnen. Irgendwas piepst hier. Achso, das sind ja immer die Wingdiver, wenn die keine Energie mehr haben. Piepst lieber. Wieso kommt jetzt so komische dramatische Musik? Ich weiß nicht. Wieso ist die Höhle hier so riesig? Ach, du Scheiße. Ein, zwei Frösche. Eine rote, ein grüner. Oh Gott. Ach, geh weg. Okay, ich baller den Frosch da vorne erstmal. Ja, da ist eine Untergrundarmee. Oh shit. Ein Frosch ist down. Ja. Ich versuch den anderen Frosch zu erwischen, aber... Der Kassi gerade richtig. Achtung, du stehst da richtig beschissen. Feier in der Höhle. Ach, du Kacke. Boah. Keine Sorge mehr als dich. Ich rette dich. Ja, ich mach das. Oh, da ist noch ein Frosch. Das sind noch mehr Frösche, die sind oben. Oh jo. Die hat gesessen. Boah, wie ich den hatte, nicht erwischen. Was? Ja, jetzt sind die Ameisen wieder reingelaufen. Komm schon. So, einfach staunen wir. Alle Jungs, gib mir auf den Zeiger. Ich versuch mich gerade erstmal hier um ein bisschen den Kleinen zu kümmern. Ja, der Frosch ist down. Down. Da ist noch einer hinten dran. Ja, wie mein Kirk gerade. Bin dabei. Hilfe. Stirrt Frosch. Boah, wie ausgewichen ist der Sack. Jawoll. Ups. Boah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben sie. Ist nur noch einer an der Decke. Den hole ich. Erwischt. Haben wir es geschafft? Oh, lass mich die Kisten noch holen. Los, alles einsammeln. Ja, okay. Wir haben noch ein paar Sachen erwischt. Puh. Oh, das war jetzt erfolgreich. Ey, ich habe ein neues Gewehr gekriegt für den Dings. Noch irgendwas Neues? Oh ja, noch ein neues Gewehr. Spritefall. Ah. Ach, ein Satelliten. Uh. Holy shit. Klingelingelingeling. Die Mission hat sich rentiert. Ja. Ich will mal was ausprobieren. Ich habe da was gekriegt. Statt dem Combat Bomber. Request Artillery. Satellite. Radius 35 Meter. 2400 Punkte. Laser Range 500 Meter. 90 Schüsse. Kann man mal ausprobieren. Man weiß ja nie. Ich will mal ein neues Fahrzeug. Ich will mal ein neues Fahrzeug. eine Menge neue Sachen. Okay, der ist verbessert. Was kann der jetzt? Mal schnell eine Nachladzeit. Neue Scharfschützen wäre. Überhaupt nicht übertrieben groß. Na gut. Das sind ja auch übertrieben große Arme. Was ist denn? Wow. Was zum Geier. Das Ding sieht ja mega gut aus. Okay. Sieht auf jeden Fall nice. Nimm mal mit. Ich will aber jetzt mal ein Air Raider ausprobieren. Ich habe da was gekriegt. Ah ne, wir sind immer noch in der Höhle, oder? Ja, Cave Invasion Stage 2. Ja gut, dann nehme ich nochmal einen Ranger. Ich habe jetzt ein neues Sturmgewehr dabei. Damit wird es vielleicht leichter gehen. Vielleicht leichter. Habe ich eigentlich noch was stärkeres, außer den Koliath? 247er Schaden. Gibt es noch irgendwas stärkeres? 500er Schaden. Die Granate. Echt? Gradius 12 Meter. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich mal Granate mitnehmen soll. Der ist wieder Untergrund, ne? Ja. Dann muss ich mal gucken, ob ich was ähm... ähm... Weil der Goliath schon echt gut ist. Ich meine, er macht 200 Schaden. Ich habe halt nur Fleck Schaden, ne? Hast du... Naja, hast du auch nicht. Vielleicht doch lieber mal zur Sicherheit eine Limpid Gun mitnehmen oder so. Falls halt wirklich gar nichts geht. Nö, das kann ich mit dir auch machen. Aber nicht die Limpid Sniper, die ist scheiße. Ne, ne, das ist klar. Ich glaube, ich probiere mal die Granaten aus. Was ist das überhaupt, Impuls? Eine Landmine. Mhm. Ja, so Claymore-Mine habe ich. Ja, ich habe zwei Limpid mit, ganz jetzt mit. Ich könnte auch einen Flammenwerfer mal mitnehmen. Hm. Der hat mir gar nicht verfehlt. Der macht 180 Schaden. Das war scheiße, ob ich nehme jetzt einfach mal. Long Range Hand Grenade. Ja, ich nehme einfach mal die DNG mit, die neue, die neue Sturmgewehr und eine Handgranate. Mal gucken, was passiert. Ich meine, wie hieß es immer so schön bei Starship Troopers? Wenn ihr so ein Backloch seht, Granate rein. Ja, genau. Alter, wie weit kann ich die denn schmeißen? Ja. Oh, ho, 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 ho. Okay. Und das mein neues Sturmgewehr. Mal gucken. Oh ja. Das Ding macht definitiv mehr Schaden. Boah, was ist das für eine Höhle Okay, wir sollten nicht da runterfallen Alles gut, Meddax Ja Ich schmeiß einfach mal eine Granate Oh nein Sag mir jetzt bitte nicht, dass das passiert Boah, ich hab Ich hab's grad schon gedacht Die erwische ich doch Oh shit, die war ein bisschen eichweit, die Granate Pass mal auf Oh, der war Volltreffer Oh nein, ich bin runtergefallen Echt jetzt Ich bin runtergefallen Oh, du lebst doch Ich bin unten ganz alleine Das ist jetzt ein bisschen schlecht, Meddax Ich weiß ja nicht mehr, wie ich da runterkommen soll Hast du eigentlich Schaden genommen, als du runtergefallen bist? Nein Ganz ruhig Komm schon klar da unten, oder? Oh shit, ja ich seh's da unten Warte, ich schmeiß dir mal eine Granate runter zur Hilfe Oh nein, ich fall selber Ja, war so klar Ja Granate Ja komm, die hat doch gut getroffen Ach du scheiße, Meddax Was hast du dich da reinfallen lassen? War noch cool hier Ja Okay Meddax, ich bin bei dir Wenigstens wird uns jetzt angezeigt, wo wir hin müssen Ich hab hier so einen Navi-Punkt hier oben Kommst du eigentlich hier hoch? Ja Ich guck gerade Ich glaub, es war in der verkehrten Richtung Boah, das Ding schießt aber auch überall hin Nur nicht da, wo ich hin bin Geht gut, ne? Du könntest ja deinen Deathcrawler holen Ja, deinen Deathcrawler Ja Alter, der hat richtig gefressen Ich... Mann, du bist du oder bist du? Mir wird angezeigt, ich soll da runter gehen Wo soll ich da runter gehen? Ich folg einfach mal dem Navi Mal sehen, wo es uns hinführt Du kannst ja mal versuchen, den anderen Truppen zu helfen Weil ich komm jetzt so nicht mehr hoch Ich muss jetzt erstmal gucken, wohin dieses Navi mich führt Oh, ich seh schon Hä? Das Navi ist irgendwie ein bisschen durcheinander, oder? Kommt mir so vor Boah, ich krieg nichts, ne? Einfach mal Granate vor Wird schon funktionieren Ja, fast getroffen Wo bleiben denn die anderen Soldaten? Die kämpfen noch irgendwo da oben rum, ne? Die haben noch irgendwie Probleme da oben Ich seh's noch nicht wo Ja Versuch mal Granate hochzuschmeißen War voll unrealistisch, wie weit der die Granate schmeißen kann Irgendwann macht's einfach irgendwo Boom Du könntest, du könntest da hochgehen Du könntest denen helfen irgendwo Versuch einfach Granate irgendwo hochzuschmeißen Mal gucken Ich muss meinen Weg finden Irgendwann wieder hoch Als Fenster hätte ich's jetzt hier aber auch nicht leicht Wenn ich runtergefallen wäre Ich seh schon, du hast auch den richtigen Weg gefunden anscheinend Ja, irgendwie ich folge den Pfeilen Ja, mach ich auch grad Mit genug Muskelkraft geht das Ja klar, 500 Meter weit, weißt du Ich schmeiß dir die Granate Guck mal, Männer Ich bin hinter dir, weißt du So, jetzt schmeiß ich mal die Granate Mal sehen, wo sie explodiert Ja Ah, da unten Klar Genug Muskelkraft Klar Irgendwie ist, glaub ich, eine Ameise direkt unter uns Entweder direkt unter uns oder direkt über uns Eins von beiden Wie beide auch runterfallen mussten, ne? Ja Ja, ich hab ne Granate geschmissen Und dabei läuft der immer so ein paar Schritte nach vorne Und ich hab das falsch einkalkuliert Okay, ich hab ein paar Verbündete gefunden jetzt hier Das ist schon mal gut Wir müssen noch die letzten Ameisen Ja, so wie zum Thema die letzten Ameisen Oh Gott Ach du scheiße Granate Granate Die war gut Granate Die war nicht so gut Granate Ja Alles gut Mittags? Dein Depthcrawler sieht ein bisschen beschädigt aus Ja, das sieht nur so aus Wo sind denn jetzt die anderen Soldaten schon wieder hin marschiert? Ach, da hinten Heilande Irgendwas verfolgt mich doch hier Eine Spinne Da ist doch noch irgendwo eine, oder? Ich weiß es doch Irgendwo ist noch eine Spinne Irgendwo Irgendwo hier Direkt unter mir Mein Axe Du kommst klar, oder? Ja, ja Alles cool Immerhin kein Sturzschaden Stell eine Kiste neben dich Ja, echt so Weißt du Wie viel Granaten kann ein Mensch dabei haben? Ja, das sind hochmoderne Soldaten Die haben so So Nanogranaten Die Tun sich halt einfach immer wieder selbst reproduzieren Ich werde die ganze Zeit verfolgt von irgendeiner Verdammt, ich werde wirklich verfolgt von einer Ameise Oh shit Maddox, ich bräuchte deine Hilfe hier Ich bin auf dem Weg Ich bin nicht da lang Ach du Kacke Wo ist er? Wo muss ich ihn? Nein, nicht die Granate schmeißen Ja, obwohl War vielleicht jetzt gar nicht so verkehrt Ah In der anderen Ecke wahrscheinlich Ja Ich will nicht wieder runtergeschmissen werden Sie verfasst euch jetzt Die Tunnelsysteme sind doch echt kacke, ne? Ja, sie sind halt kacke Ah, lad nach Wo kommt der jetzt her? Hier ist gerade noch so ein Soldat aufgetaucht aus dem Nichts Jawohl Ich bin in der Fall Ich brauche Backup Ja, mit dem Deathcore, da bin ich alles andere so nicht schnell, ne? Ja, wenn du einmal von der Haupttruppe abgetrennt bist, ist es schwierig Ja Granate Verdammt, ich gehe voll daneben Scheiße, die gehen auch daneben Die Granaten Sind stark Aber da ist die Schussrate Also diese Bewegung Diese Animation, die er macht Das ist ein bisschen nervig Einfach werfen, wäre schöner Jedes Loch füllen Ja, so in etwa Gut, ich habe gerade irgendwie Psst, Psst, Nachricht bekommen Aber ganzes Handy ist voll mit Psst, Psst, Nachricht, keine Ahnung Ich sehe deine Laser Also bist du irgendwo in der Nähe Ja, hier oben Ah, ich sehe dich Naja So halbwegs Okay, wir haben sie Du kannst runterkommen Psst Ja, da wir zwei hier unten ja aber schon aufgeräumt haben Dürften unsere Soldaten ja jetzt ganz easy hier durchmarschieren können Wie viele Soldaten sind noch übrig? Drei Drei Wir sind mit so einem ganzen Trupp Der zeigt gar keiner Wir sind mit so einem ganzen Trupp hier in die Höhle reinmarschiert Was ist mit dem zwölf verdammten Mann passiert, den wir noch an unserer Seite hatten? Wo kommen sie? Kommen sie oben? Kommen sie unten? Ich sehe es nicht Ich fürchte es auch Aber irgendwie... Ne, ich glaube die sind über uns Doch, da hinten kommen sie Ich bin Ach, nee, nicht schon wieder Aber richtig Aber richtig Okay Nein, nicht schon wieder Nein Ach Boah, ich habe mich noch mal gerettet Ach, fress die Granate Ach, fuck, das war blöd Ja, man sollte eine Granate also nicht schnell triggern Oh Oh, oh Oh, oh Ja, eben ist es nicht der doch gerade noch Oh, oh Die kommen richtig Oh, kacke Oh, jetzt muss ich aber in Bewegung bleiben Wenn die mich jetzt kriegen, war es das Und Def-Cola leer Ich habe nur noch Granaten Ah Oh, oh Scheiße, lad nach Okay, ich hau da jetzt einfach nochmal Granaten rein Oh, ja, die hat echt gut gesessen Oh, ja, die hat echt gut gesessen Oh, schon Noch eine Ja Die riechen wir nur wieder Das ist gut, das heißt, das ist Blut Von ihnen, nicht von uns Ja, Abmarsch mit euch Wir haben hier nur noch einen Soldaten übrig Oh, shit Der hat auch ein bisschen Probleme zu der Spinne Ich helfe ihm mal Okay Bäh Die hat wieder gesplattert an die Wand Hurra Oh Gott, das wäre Eine Mission, ey Da ziehst du dir hier die Riesenhöhle rein Wird doch Zeit, dass das jetzt aufhört damit? Was? Wird doch Zeit, dass wir jetzt wieder nach oben kommen? Ja, das wäre schön Aber ich So wie ich die kenne Weil beim Vierer gab es das auch Da gab es so drei Missionen im Untergrund hintereinander Oh, was habe ich denn bekommen? Ja, nichts Gescheites Das ist neue Sturmgewehr Nicht schlecht Aber die Granaten gefallen mir Naja, also Relativ Da habe ich lieber Die Mission hat ja gedauert Ja, die hat ja auch gedauert Boah Ich glaube, ein Fenster mit den Dings wäre hier besser Weil die Granaten nehme ich nicht nochmal Die sind auch Also die sind zwar nicht schlecht, aber Ja Gibt bestimmt was besseres Kommt nochmal Untergrund Ja Kommt nochmal Untergrund Mit dem Emerald Hm Ja, Untergrund ist scheiß Wenn, dann lieber den da Aber Ich nehme diesmal Ich nehme diesmal, glaube ich, lieber wieder ein Fenster Und statt den Galli-Kanonen nehme ich mal Die Automatik Oder? Ja, komm, scheiß drauf Zur Not habe ich immer noch die zweimal Catelyn-Gunz dabei Weißt du, da mache ich mir wenig Sorgen So Nehmen wir einfach mal einen Flammrevolver mit Da nimm du die Nimm du die Wingdiver Ich nehme die Soldaten Alles klar Idiot Ich muss erst mal die Leute motivieren Los, singt mal was Ach nee Ja, kommt mal her Feuer frei Wow, scheiße Das Dinger hat Rückstoß Ha, ha, ha Da Willst du ein bisschen Flamme spüren? Boah, das Dinger hat aber echt einen übelst brutalen Rückstoß So wie ich jetzt wieder überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass wir eigentlich gegen diese blöden Frosch-Dudes antreten Was, so groß wie ein Gebäude? Wer ist so groß wie ein Gebäude? So Ein bisschen Medizin Gesterb jetzt Okay Okay Die erste Welle ist ja schon mal gut gelaufen Oh mein Gott Oh mein Gott Was denn? Was? Mutti, wer bist du denn? Ja, und wieso zum Geier habe ich jetzt die Gallic-Gunz nicht dabei? Was zum Geier? Ach, nee, das ist eine Königin Och nö Wo ist mein Flammenwerfer? Oh Gott Oh Gott Exterminate them all, ja, ja Ich versuche schon mit Flammen drauf zu halten Verbrennt das mit Feuer Ist die große down? Ist sie nicht Nee Hätte ja mal sein können Alter Ja, sie ist down Alter Ich brauche ein Medikit Und jetzt ausgerechnet Ausgerechnet jetzt Tue ich die Gallic-Kanonen raus Weißt du, jetzt wo wir sie wieder hätten gebrauchen können Ah, das ist wieder so typisch Da denke ich mal, ja, nimmst ein Flammenrevolver mit Oh Mann, jetzt sind diese Was? Diese Mistkücher, diese fliegenden Teile da Ja, die winken einfach Deswegen habe ich ja gesagt, du nimmst sie Die dauern mich die ganze Zeit vor der Karre rum hier Oh oh Ich sehe vorne rechts schon wieder die nächste Königin Echt? Ja, ich lock's in mir Hand Ja, aber die hält nix aus Ich hab nicht die Reichweite Jetzt kommen sie Okay, ich hab sie Okay Doppelminigun Ins Gesicht Boah Übertreib halt Konzentriert erstmals Feuer nur auf die große Komm schon, jetzt geht down Ja, sie kriegt langsam Schaden Yes, sie ist weg Boah, fang richtig abgeworfen Okay, jetzt können wir uns um die Kleinen kümmern Ja, verfasst euch Boah Ich sag dir, es geht nichts über Doppelminiguns Damit kann man alles platt machen Wenn man will Alter Da hinten sind rote Ameisen Bis auf, Mellax Ja, wo die rote Ameisen sind Da sind bestimmt dann auch so eine rote Königin Eine rote Königin wäre jetzt echt mega schlecht Ich hab sie schon mal geholt jetzt Ich hab sie jetzt vergessen Ja, das sind aber auch nur Monster Okay, ich schmeiß mal den Flammrevolver an Boah Verbrenn sie mit Feuer Und dazu noch wieder Dexter Schrotflinte reinschießen Funktioniert Oh, der Flammwerfer hat aber so einen perversen Rückstoß Ich muss die ganze Zeit nach unten zielen Easy Los, Männer Okay, da kommt die nächste Königin Ich lock sie mal an Das sind Eier Oh, nicht gut Eier sind nicht gut Nee, überhaupt nicht gut Oh shit, die Königin kommt Fakt, es sind zwei Königin Natürlich Ja, aber noch nicht Komm schon ab, die scheiß Miniguns nach Komm schon Königin Okay, wir sollten uns vielleicht einen Tick zurückziehen Ich seh nur noch Rot da vorne Alle tot Alter, Mannaxe, ich kann dich da vorne nicht saven Ich seh, das merkt, das ist ja auch gerade schon Ich komm auch nicht weg Oh Gott Scheiß im Saarland Oh mein Gott Übertreib es halt Madax, raus da Oder hol dir Medikit oder so Sorry, das ging zu viel Ich bin da nicht so weggekommen Das heißt für mich rückwärts abhauen Ja, aber ich glaub eine Königin ist down Ich weiß es nicht Oh Gott, wie die mich durch die Gegend schmeißen Ich muss nachladen Ja, du musst nicht mehr Ja Das heißt, wenn du oder ich, du Mist-Sau Hey, ich hab's erwischt Sehr nice Okay, wo bist du? Ja Ich bin hier oben irgendwo Ey, wie soll ich denn da einkommen? Ich hab mich für die Gegend geschmissen Ja, warte, ich probiere irgendwie hochzukommen Aber das wird nicht leicht Scheiße So wird es nix Ja, wo hat die sich denn hingepfeffert? Aber richtig Die ganze Halle durch Okay Okay, von unseren ganzen Soldaten ist nicht mehr viel übrig Äh Ja, ich muss gerade mal erstmal gucken, wie ich da hochkomme Äh, so nicht Oh Gott, ich kann auch nicht mal krabbeln oder so Ja, muss ich den ganzen Weg jetzt außenrum, echt? Ach der Scheiße Okay, warte mal Ja, ich muss den ganzen Weg außenrum Halt Warte mal, vielleicht kann ich ein bisschen schummeln Nein Ach, das war zu früh Ja Ah, okay Bin auf dem Weg, Mannachs Alter, die hat mich aber echt ein paar Kilometer weit geschleudert Ja, die hat sich sehr gut drauf Bin gleich da Bin bei der Ruhe Ja, ich schlafe ein bisschen, gar kein Problem Ich stehe dich sogar schon Sag, steh auf, da unten Hier unten in der, in der Dings drin In der Kuhle, da sind noch ein paar Medikits Kann man's bedienen Ja, die drei Stück da sind noch gut Hier vorne sind noch zwei Medikits Kannst du noch nehmen Ja, ich hab hinten auch noch zwei Da sind noch zwei Amokisten Deswegen geh ich da hin Oder eine Okay Gut, dann warte ich mal auf dich Lade nochmal schnell alles nach Klink, klink Oh mein Gott Das seh ich ja jetzt erst Das sind lauter Eier An der Decke Hm Und wenn ich das richtig gesehen hab Ja, da steht schon die nächste Königin bereit Oh Gott Ja, die kann man der Schuhe nicht holen Die hat gleich ein Drehbombier Hörst du alleine auf Ach du Scheiße Oh, das ist nur die Königin Nee, da ist noch ein kleiner Dann stirbt Königin Kriegt's erstmal eine volle Breitseite Oh fuck Und ich auch Erstmal so viel Damage machen Wie's so geht Ich muss ran mit dem Flammenwerfer Ran Jawoll Jawoll Okay, wir müssen die Eier loswerden Okay Ich mach mal die Milliguns lieber wieder bereit Naja, schlüpft euch alle Wenn man die viel leichter abknurzen Das nenn ich mal eine saubere Dezimierung Na, komm da raus aus seinem kleinen Est Jetzt müssen wir die echt alle aufschießen Weißt du Ja, der eine Soldat stellt sich natürlich genau vor mich Ich guck mal, ob ich die Eier vielleicht einfach so schon mal Ja, jetzt kommen sie Jetzt sind alle geschlüppt Ja Die scheiß Eierschalen nerven grad Na, was? Hast du noch ein bisschen was? Da drüben auch noch ein paar Kein Problem Ich bräuchte unbedingt mal ne neue Milliga Die ist eindeutig zu schwach Ich mein zu zweit Ja, da gehen sie Ich würd mal gerne wissen, was wir am Ende für Damage gemacht haben Ja Das würd mich auch mal interessiert Nach ganz oben an der Decke Ich schieß überall hin, nur nicht auf die Ameise Okay, fehlt nur noch eine Ja, gut Danke Herzlichen Ja Das war es wert Das Fiktor bedeutet viel Wir werden die Daten all over the world Die nahe Abenteuerung sollte auch von der Gefahr der Monster sein werden Ach ja Bloß weil wir ein Nest zerstört haben Die glauben doch nicht wirklich, dass es das war Wir haben doch 100 Pro noch mehr Nester So, hab ich irgendwas Neues bekommen für ein Fenster wenigstens Oh, die CE-Gun ist aufgestiegen Ja, ich hab bei mir wieder nichts bekommen Nichts CE-Gun sind sogar zweimal aufgestiegen Ich mein zum Waffen aufleveln, ja Aber um neue Waffen zu kriegen, da müssten wir echt schon, glaub ich, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen Damit wir neue Waffen kriegen Also viel neue Waffen kriegen wir ja nicht so Aber die sind aus dem Tunnel raus, Gott sei Dank Ich seh's gerade, aber da kommen jetzt ganz viele Teleportschiffe Das heißt, wir brauchen irgendwas, um da reinzuballern Schaden machen Auf keinen Fall die Flammenrevolver Flächenschaden Flächenschaden, ohne N habe ich ja Mörser, wie viel Schaden macht denn der 60 mal 5 80 Boah 20 Die Gallikkanone macht immer noch am meisten Schaden Da wird auch nicht so anders übrig bleiben, wenn ich halt zwei Gallikkanonen Das hat bis jetzt immer gut funktioniert Ich hab eigentlich da mal irgendwas neues gekriegt, was macht das? Knockback Dash Cell 1 Consective Dashes 1 Und so ist der Boost 2 Ach Naja Naja Wird schon gehen Unser Waffenlimit ist jetzt schon bis Level 10 erlaubt Ich glaub, ich hab noch nicht mal eine Level 10er Waffe Vor allem was Wir haben noch so viele Probleme offen Da läuft noch irgendwo eine riesengroße Festung rum Da läuft noch irgendwo dieser riesengroße Dino rum Das Mutterschiff ist auch noch irgendwo Ach du Scheiße Das wird lustig Holen wir gleich mal hier die Shotgun Troops Oder da hinten die Raketenwerfer-Dudes Habe ich gemacht jetzt mal Hast du die jetzt alle erwischt Gut Bin ich halt alleine Ja genau, du Arsch Das hast du falsch gesetzt Das wollte ich gar nicht setzen Hast du aber Hey, man kann schwimmen Sag mal, kann man schwimmen Oh, dann räume ich halt schon mal ein bisschen auf, bis er anrückt Irgendwas hat mich getroffen So Jetzt baller ich den da oben erstmal kräftig rein Klingt ein bisschen komisch, wenn ich das so sag, aber ist so Knall in den rein Jawohl So muss das gehen Vorsicht, der kommt runter Macht nichts Ich halte das aus, ich hab ein Exoskelett Ich seh Ich seh grad nicht viel Da ist so eine Rauchwolke Oh mein Gott Okay, da oben haben wir ein kräftigeres Problem Nein, nicht doch Wo hast denn du das hingepfeffert? Vielleicht sollten wir uns auch erstmal um die Drohnen kümmern Ich weiß es nicht Ich probiere mal einen abzuschießen Na gucken, was passiert Ja, trigger sie mal Oh shit Okay, ein bisschen weiter neben Der auch Oh, das mit dem Zoom ist nix Okay, eine hab ich erwischt Ja, hab ich gesehen Noch einer erwischt Komm irgendwie nix Komm irgendwie nix Noch einer erwischt Doch gar Noch einer erwischt Alter, ich bin wie so ein Flakgeschütz Brutz Jetzt hab ich aber wieder hier den Bogen raus Oh, jetzt schießen die Echsenmänner von da oben Tja, so leicht geht das mit der Gallik-Kanone So, ich muss mal nachladen Mist Jawoll Erwischt Ja, wenn wir das ein bisschen, bisschen Timetime geht das Nächstes Achtung, bei dir ist noch eins Habe ich Alles easy, kein Problem Gar kein Problem Oh, der Stunz-Shot Oh, der war schön So, auf welchen, zu welcher bist du eigentlich auf dem Weg Naja, okay Ich krieg Ameisenbesuch Ich bin einfach nur weil er nach vorne gelaufen Ich krieg ein bisschen Ameisenbesuch Ja Ach, super Ich hätt mal die Mini ganz nachladen sollen Ah, Maddox, hast du wieder dein Spielzeug dabei? Jawoll Sehr gut Das werden wir auch brauchen Ich muss erstmal irgendwie den Mübi hochbringen Geh weg Aua Ah, komm Hoch 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 Ah Okay, jetzt bin ich da Irgendwas schießt mir in den Rücken Ja, patzt euch Ich muss Maddox schützen, der ist unser Flugabwehr geschützt Ja, genau Hallo Ah, ha, 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 ha Oh, oh Äh, Maddox, da kommen viele Ja Ja, im Krieg Ich muss erstmal ein bisschen dezimieren hier Kämpft euch auf dem Hügel Kämpft euch auf dem Mond Aus nicht Okay, wir müssen jetzt irgendwie vorrücken Weil die kommen nämlich unbegrenzt da oben aus den scheiß Schiffen raus Ich versuch jetzt meinen Weg da zu dem linken Schiff hochzubahnen Irgendwie Ich bin leer Ich werd verfolgt Aua Wow, der hat gesessen Der war schön Fenster, join the strike team Fenster? Wo sind Fenster? Ah, da oben Fenster Komm, verbündete Fenster Ich werd schon wieder verfolgt So Von dich kümmere ich mich Feuer 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 Nochmal Yes Gut Zurück mit euch Unsere Gegner sind verwirrt Naja, das glaub ich weniger Wo bleiben denn die Fenster Irgendwann am Arsch der Welt Oh nee Scheiße Die hat grad gesagt, dass denen ihre verdammte laufende Festung auf dem Weg hier ist Nein Oh mein Gott Das brauch ich jetzt nicht Müssen unbedingt schnell denen ihre scheiß Schiffe loswerden, bevor es zu spät ist Ah, das sind natürlich rote Ameisen Das kann ja auch sonst nichts anderes sein So, jetzt aber Stiff 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 Oh shit, das war daneben Ich darf mich nicht ablenken lassen Ah Feuer Oh fuck Aua 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 Blöden roten Ameisen Verschwindet von mir Scheiße Wo sind denn die Fenster, die angeblich als Verstärkung gekommen sind Könnte ich jetzt echt gut gebrauchen hier Warte mal ab, dich krieg ich Mist Ja Okay, wieder ein Schiff down Ich bin auf dem Weg zu dir Wir sollen auf Mörser aufpassen Da Du wirst keine Ameisen mehr auf uns niederprasseln lassen Oh scheiße, guck mal da im Hintergrund Wegen Hintergrund Ja, da so in meine Richtung So unten am Strand Oh no Oh no Nicht gut Das ist gar nicht gut Ich versuche noch schnell, wenigstens das eine Landungsschiff da vorne nieder zu schießen Oh nein Und der lässt wieder eine Ladung Ameisen ab Okay, mehr Dank Ich brauche ein bisschen Unterstützung Das ist doch Gute Jop Das ist gut Haha D-Ding Alter, ist es dir in Ehren? Äh, jetzt weiß ich, was du gemeint hast Ja, Vorsicht mit Mörser Oh ja Der Maddox kriegt schon Monster Breitseite Komm schon, hoch mit dir Treffe ich die von hier aus? Scheiße Oh, ich seh nix Zu viele Ameisen Weil ich bin nicht da Das Gute ist, ich kann die kleinen Ameisen relativ ignorieren Da kommt die erste Flut Ich kann aber nicht Okay, ich habe das andere Landungsschiff erledigt Was kommt da jetzt auf uns zu? Äh Okay Ja, wir greifen die Mobile Base auch nicht an Was sollen wir denn machen? Jawohl, Maddox Lass es regnen auf See Oh mein Gott Wir müssen sie verletzen Scheiße, wir müssen sie loswerden Medikid wäre auch nicht schlecht Was weh ich Ameise Was weh ich Da sind noch so miese Geckos unten am Strand Naja, ich seh das schon Ich belasse schon drauf, was ich kann Ja, ich Hau den mal mit der Gallikkanone ein bisschen entgegen Die haben es irgendwie echt auf mich abgesehen Verpisst dich, Ameise Verpisst dich Hau mal Was an den Worten Verpisst euch Versteht ihr nicht Geht doch So Ist da noch was über mir? Ach so deswegen Da ist ja noch ein scheiß Landungsschiff direkt über mir Ich habe mich gefragt Wo kommen die ganze Zeit die Ameisen her? Ah Weg mit dem Ding Was? Oh shit Die Basis schießt gerade so ein bisschen auf mich Ich kann auch nichts machen Ich kann nicht glauben Das ist eine Rekordverkaufung Ich erwarte uns nie zufrieden mit so wenig Menschen zufrieden ja ein Fenster hat alle alle abgeschossen ich bin zu meinem Weg ich hab noch ein paar aber nicht viele konnte ich nicht nur sie können ich hab ne neue Gatling anbekommen und neuen Multi Raketenwerfer das klingt gut und ein neues Exoskelett habe ich auch bekommen was macht das Equipment Weight Impact on Speed 50% Walking Speed 130% ähm Walking Speed Impact on Rotational Interior 70% ja da bleib ich lieber dabei das ist besser aber ich hab ne neue Gatling an jetzt hab ich die FG 8 Gatling an jawoll die hat er einfach mal der hat einfach mal 160 Schuss mehr 12 was die macht weniger Schaden wahrscheinlich mehr Fläche ja gut die andere ist aber auch schon abgegradet ohne Ende ja ok trotzdem bin ich auf jeden Fall die FG 8 Gatling mit so viel steht fest und ich hab nen neuen Raketenwerfer bekommen ist der gut? ist der schlecht? wo ist das Ding? fragst du mich das gerade? nicht ach da oh ah das ist das Ding ja wie schnell 8 sekunden Nachladezeit ey wir haben erst 10 Level gemacht ne ich weiß die werden immer heftiger und schwerer oi 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 was machen die Leviathan eigentlich nochmal 12 sekunden Nachladezeit Noch eine Kapazität. Macht aber 3500 Schaden. Das ist natürlich eine gute Rakete. Was macht der Bloodstorm? Der macht aber 20. Ich teste mal die Raketen. Außerdem haben wir gerade... Wir haben jetzt Monster, die fliegen können. Das heißt, wir brauchen Flugabwehrgeschosse. Da bin ich bei. Ich bin auch da dabei. Na, 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 na. Ach ja. Oh, mein Genick. Okay. I'm ready. Set. Go. Dual Use Weapons. Du Dual Use. Bienen. Ach, du Schande. Ah, ja, genau. Ach, ne, die Leviathan war... Oh, scheiße. Ich hab'n Fehler gemacht. Das Ding hat aber auch null Reichweite, oder? Sag jetzt nicht, das Ding ist auch nur mit nem Laserguidekit, oder? Fuck. Ja. Mist. Okay, da muss ich die neuen Gatling-Gatz ausprobieren. Na gut, mit der Gatling-Gatz geht's auch. Wir sollen auf die Darts aufpassen. Ja, 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 lube. Ey, die bluten grün. Hübsche Farbe. Monsters that can fly with this speed are extremely dangerous. If they get away, they'll cause lots of damage to other areas. You have to exterminate them. Ich bin ja schon dabei. Scheiße, ich hab'n Fehler gemacht. Die ganzen Raketenwerfer, die ich dabei hab', da muss einer mit nem Laserguidekit erst auf die Gegner zielen, damit die... Damit ich die anweschen kann. Damit ich die anweschen kann. Deswegen, da hab' ich jetzt leider nen kleinen Fehler gemacht. Aber hey, die Miniguns funktionieren auch. So, ich will auch einen Trupp-Soldaten. Jawoll. Keine Sorge, wir passen schon auf. E-D-F. E-D-F. Fuck! Oh, der ist mir schön da runtergeballert. Oh, lacht die Miniguns nach. Oh, das sind ja viele, ey. Oh, bis jetzt geht's noch. Geht alles noch unter Kontrolle. Wir halten zwar auch ganz schön das Haus, aber... ...die sind nicht so schlimm wie die roten Ufos. Oder wie die Fresche. Ja. Flying Aggressors. Ende sag, ich bin dabei. Wir sollen ein Rendezvous mit Ranger-3 machen. Machen wir doch Ranger-3. Wo sind sie denn? Da vorne. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Hast du mir jetzt gerade das Ding hinten reingeballert? Jo. Aus Versehen, ne? Ich bin genau in dem Augenblick gesprungen. Gar nicht. Also nicht aus Versehen, natürlich. Nein, kein Problem. Au, 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 au. Oh, oh, oh. Okay, da kommen jetzt ein paar viele auf mich zu. Weg mit den Fliegeviechern. Passt ja schön zum Frühling, weißt du. Jetzt wollen wir auch wieder draußen, wenn wir den ganzen Westen unterwegs sind. Ey, man denkt immer gar nicht, was die CE-Gangs so raushauen, ne? Ja, aber die sind gar nicht mal so schlecht. It's the strongest vehicle ever. Ja, dann hau mal raus. Der Medox-Vehicle. Alter. Alfred. Putz. Das ist so krass mit Medox-Sein-Raketenwerfer. Oh, da kommen noch mehr. Fass. Ja, einige. Ich hab nur auf die Karte geguckt. Oh mein Gott, guck mal in den Himmel. Ja, hinter dir hoch. Ach, du Scheiße. Jawoll, Medox räumt auf, da oben. Ja, da kommt mal her. Ja, der Medox hat definitiv die richtige Waffe für den Job. Ich kann dir nichts sehen gerade. Oh, wie viele. Autos defekt. Naja, aber du hast, du hast den Größteil von denen ihrer Flugstreitkraft ausgemerzt. Das hat auf jeden Fall gesessen, Medox, das gebe ich zu. Das bräuchte mir nur ein neues Fahrzeug. Das bräuchte mir nur ein neues Fahrzeug. Ein bisschen Rüstung noch mitnehmen. Da ist noch eine Waffenkiste. Auch noch mit. Vorne ist noch eine Waffenkiste. Auch noch mit. Oh, was schreien die denn jetzt die ganze Zeit? Das ist auch noch eine Waffenkiste. Okay, ich hole die Waffenkiste und dann treffe ich mich mit dem Sniper-Team. Wo sind die denn? Ach, da vorne. Schicker Honda. Oh, das ist sehr gut. Okay, ich bin beim Brennpunkt. Ich bin auch gleich da. Ich muss mich nur hier durch den Parkplatz durcharbeiten. Hey, da sind noch mehr Fenster. Okay, die hole ich auch noch ab. Was wäre ich? Hey, Fenster-Buddies. Jawoll. Okay, ich bin auch am Brennpunkt. Sollen wir angreifen? Können wir gerne machen. Das lag getan. Erstmal alle Bäume die Liedermähen. Oh, da kommt eine Menge auf dich zu. Ich komme mal lieber zu dir. Oh, wir haben es wieder gemacht. Oh shit, ich habe alles leer geschossen. Das war ein Fehler. Das sollte ich nicht nochmal tun. Er schießt da auf mich. Scheiße, die sind alle hinter dir. Aber die sind gar nicht mehr so viele. Ja, ich habe die meisten erledigt. Sehr gut. Oh, die habe ich in zwei Hälften geschossen. Sehr gut. Ich muss mal gucken, Madax, was mir für eine Armee in der Herde watscht. Ja, ich sehe das schon. Mini-Map, Alter. Los, Männer. Versammelt euch. Ja, ich sehe das nicht. EDF! Jawoll. Strength in number. So, und jetzt singt was Schönes. Oh, wir sind die Valiant-Infantrie. Wir sind die Alphatie-Bossessionen. Come on, Drew. Hear us as we shout at the time we are long to see. We can't behold and praise your guns. Ja, nächste Strophe. Habe ich noch eine Strophe? Warte mal. Ja. Alter, Madax hat er vorne aufgerollt. Habe ich noch eine Strophe? Eine Strophe habe ich noch. So, wir sind die Raketenwerfer tauscht. Das war eine schlechte Wahl. Ich habe da nicht drauf geachtet. Die sind natürlich wieder Lungen. Mit Guide-Kit. Ja. Laser-Guide-Kit. Laser-Guide-Kit. Scheiße. Ja, so ein Kram brauche ich nicht. Jackhammer ist gut. Oder hier, das Ding. Dieser Hammer. Völlig übertriebener Hammer. Ist halt blöd, ne? Gegen was kämpfen wir als nächstes? Death Metal. Keine Ahnung, wahrscheinlich wieder die... Oh, oh nee, der Drache. Der Drache. Dann nehme ich lieber die Gallica nun mit. Kann doch nicht sein. Sie können doch nicht... Oh, doch, Wallig. Der Airstrike auf dem mysteriösen Monster... Erginus hat succeeded. Hey, warte mal kurz. Erginus ist dying and cannot move. Wir sind bereit, zu launchen eine andere Runde der Airstrikes, um ihn komplett zu töten. Wir sind still zu den Ground Forces. Dozens der EMCs werden auch geschlossen. Okay, also anscheinend der erste Luftangriff auf den Erginus hat funktioniert. Und der liegt jetzt da und ist am sterben. Aber... Ich bin lieber trotzdem in den Tank mit. Äh... Naja. Sicher, sicher. Okay. Ich habe auch mal die Gallic-Kanonen dabei. Man weiß ja nie. Okay. Du, 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 du. Wow, was sind das für Panzer? Juuu. Ja. Kann man mal machen. Kriegen wir auch solche zum Steuern? Ey, die erinnern mich voll an diese... Diese von Godzilla, weißt du? Von den Godzilla-Filmen, wie immer. Diese Panzer, mit denen sie auf Godzilla geschossen haben. Alter, was für coole Panzer. Urgenus ist unresponsiv. Vor allem nicht, dass die nicht nach vorne überkippen, ne? Ja. Ja, da vorne leas der her. Kommt die hinaus gleich mal so ein bisschen was rein. Da kommt wieder Luftschlage. Das war ich gerade. Ne, das... Was nicht... Was echt du das? Ja. Krass. Okay, aber die schicken gleich noch mal einen Luftschlag. Ja. Die haben gesagt, die haben gesagt, ein so ein Panzer kostet 100 Millionen. Das ist nur so ein bisschen. Hm. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Geh nicht zu nah ran, Mittags. Ihr müsst euch... Ihr müsst... Ihr müsst auch gegen Godzilla kämpfen. Ja, müssen wir auch. Irgendwie so ein bisschen. Vorne ist er. Okay, ich komme wieder zur Luft. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ding schießt. Okay, jetzt kommen erst mal die Luftschläge. Okay, ja, das sind ein bisschen übertriebene Luftschläge. Ja, ich mich gar nicht. Überhaupt nicht. Äh. Ja, und schwupps, steht er auf. Alles klar. Ich würde mal schwer behaupten, das hat denn relativ wenig gekratzt. Der hat einfach nur geschlafen. Ja, und jetzt wird's erst... Äh. Los, EMC. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, cool. Da stapft er direkt auf mich zu. Da kommt schon, ihr Panzer. Jetzt schieß doch mal. Oh, hä? Schießt ihr jetzt auch mal? Ihr seid so gott... Nein, 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 nein. Wow. Okay, der kriegt jetzt die volle Gallik-Ladung. Aua. Macht ihm das überhaupt was? Weiß ich noch nicht so genau. Weil es schießt ziemlich viel auf ihn. Ja, hat's funktioniert. Er blutet jedes Mal, wenn ich ihn mit der Gallik-Kanone treffe. Also scheint es zu funktionieren. Töte es, bevor es Eier legt. Wo ist er? Irgendwo da hinten? Achtung, da kommt er. Halt's drauf. Ups. Äh, Vorsicht, Meddax. Ja, komm schon. Boah. Kann er unmöglich so viel aushalten. Jawohl, alle nochmal drauf. Äh, nicht gut. Er ist wieder zurückgeschreckt. Ich mein Tank nicht wissen kann, ey. Was? Hä, noch ein Monster? Was? Was meint ihr denn jetzt damit? Das ist der Vierkommodi. Kann das sein. Oh, aua, 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 aua. Er frisst. 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 Ist halt schwer zu sagen, ob es sich überhaupt kratzt. Wo mehr sagst du, solltest aufpassen. Ja, ja, ich hab zwei Mal eine Bündelkombin gehasst. Guckt nicht in meine Richtung. Er ist tot. Aha. Äh, was ist denn das da hinten? Jetzt kommt Mutti. Das ist was ganz anderes. Jetzt kommt Mutti. Äh, das ist nicht Mutti. Das ist ein ganz anderes Viech. Das ist der Vierkommodi. Ja, das ist der Vierkommodi. Oh nein. Oh mein Gott, das Ding wird vom Maus. Wo ist das Vier? Äh, direkt hier. Wir eilen einfach Bauchklatscher mal. Ha, 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 ha. Rückwärts Rolle. Oh. Komm schon. Was? Oh ja. Fuck. Da denkt man mal, man hat was erledigt. Und dann kommt gleich das nächste Viech um die Ecke. Vor allem der ist nicht überall verwundbar. Das ist das Problem. Ich treffe ihn zwar hier und da, aber vorne. Ich treffe ihn zwar hier und da, aber das ist dann auch alles. Ich sehe nur das Dutspritzen. Komm schon, Raketenwerfer tut. Muss helfen. Komm rein. Ja, da komm, nimm noch ein bisschen was davon. Ja, besser wär's. Lass uns zurückziehen. Oder haut das Viecher ab. Ich glaub, das Viecher hat ab. Ja, Gott sei Dank. Weiß ich nicht, wie ich gesagt. Ja, doch, sieht so aus, als würde ich abhauen. Ich geb' noch ne Kugel mit. Was? Wir haben nie so viele Enemies in dieser Region gesehen. Wir kommen jetzt mit einem Defensplan. Da tötet man ein Ding. Da tötet man ein, so'n Ding. Was? Holt man sich einmal, einmal trinken, kommt so'n komisches Viech an. Tja. Na ja, Arginus ist down und jetzt ist Stachelinus da. Super. Und Stachelinus. Ja, keine Ahnung, die haben noch keinen Namen für den. Oh Gott, ey. Ja, ob ich den Tank jetzt mitgenommen hatte oder den Finger platzen sie ab. Ja. Hm. Achso, ne, den muss ich mitnehmen. Da steht, wir werden eine ungewöhnlich große Armee. Gar kein Problem, Stachelin nimmt dann Raketenbeeren mit. Okay. Wir sollen die Frontlinien halten, bis die Railguns einsatzbereit sind. Okay. Ja, mal gucken, was die sich ausgedacht haben. Muss erst mal gucken, was ich jetzt mitnehme. Bei einer großen Menge an Gegnern, vielleicht doch mal, statt den Gallic-Kanonen, vielleicht mal Bloodstorms. Wenn's so ne große Masse ist, dann ist es eigentlich immer gut, mit den Bloodstorms mal reinzuschießen. Okay. Alter. Eine ungewöhnlich große Armee. Und das muss schon was heißen, wenn die sagen, das ist ne ungewöhnlich große Armee. Auch die dezimieren wir. Gnadenlos. Ja, wir feiern aus allen Rohren, bis die Miniguns überhitzen. Ach ne, das sind ja lauter Echsenviecher. Ach du Scheiße. Aber guck mal, wir haben hier die mega fetten Tanks dabei. Kommt schon, Fensterdudes. Helft mir. Okay, ich hab mir ein Fenster-Trupp geholt. Okay. Wow. Okay. Ja, wir kriegen ein bisschen Luftunterstützung. Jawoll, noch mal ein Luftschlag drauf. Sehr gut. Was ist ne Requiem Cannon? Die feuern jetzt nicht wirklich mit den Requiem-Dingern. Ich will mal in Reichweite kommen. Ich bin halt überhaupt nicht in Reichweite. Äh, jetzt. Feuer! Feuer! Oh. Oh, fuck, mich hat einer erwischt. Oh, shit, da kommen mehr. Oh, shit. Oh, shit, da kommen mehr. Oh, shit. Okay, ich seh am Horizont, da kommt einiges auf uns zu. Jawoll, so muss das da aussehen. Lassen wir mal ein bisschen regnen. Ich tu mein Beste. Die Gegner werden schneller weggeschossen, als dass ich sie anvisieren kann. Oh Gott. Oh, da kommt noch mehr. Ich kann die nicht anvisieren. Jetzt. Scheiße. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Einfach weiter schießen. Könnte man das Spiel eigentlich zu dritt oder zu viert spielen? Ja, kann man. Hey, wir haben sogar zu... Wie viel haben wir angefangen zu viert, ne? Hatten wir zu viert angefangen? Ich glaube zu... Ja, zu dritt auf jeden Fall. Zu dritt hatten wir eine Zeit lang gespielt, ja. Ich hab mir aber nicht zu viert drin, oder? Ja, meinst du zu viert hätten wir. Zu viert, ey. Mit vier... Mit vier Fenstern, oder irgendwas, da kann man eigentlich Schaden anrichten. Die name says it all. In the last battle, die destroyed three powered exoskeletons with the infantry only. Die defeated powered exoskeletons with just infantry? Get out of here! Get out of here! Oh, jetzt kommt die Artillerietruppen von denen. Ich zieh mich mal ein Stück zurück. Mein Fenster soll zwar immer vorne an der Front sein, aber hey. Da kommen noch mehr. Los, einfach dreinhalten. Oh, da kommen Verstärkungstruppen von den Gegnern. Blank to the left and right! Wow, fuck. Mich hat... Ah, scheiße, mich hat Dings erwischt. Grim Reaper? Ja, die Railguns sind einsatzbereit. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann sollen sie mal loslegen. Okay, ich versuche mich da mal um die Seite zu kümmern. Airstrikes, komm rein. Kucki. Hey. Na komm, lass mich halt mal was anvisieren. Also, geht doch. Ach, verdammt. Immer wenn ich grad was anvisiert hatte. Ich muss näher ran. Auch wenn's mir nicht gefällt, aber ich muss näher ran. So, jetzt aber. Da kommen noch mehr. Drohnen. Kommt nun eigentlich World War Z-Gameplays? Ja, ein bisschen. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden das nächste Mal streamen. Wir wollten erstmal die Kampagne für uns spielen. Ach, du Scheiße. Äh. Und wenn wir das erledigt haben... Und dann machen wir mal ein I-Stoom oder so. Boah. Werder ist, du schießt ja noch, oder? Ja. Tu mal, wer du. Ei, 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 ei. Ach, du Scheiße. Es sind ja einfach so viele in der Luft. Guck mal in die andere Seite. Komm mal auf die andere Seite. Weiß. Bleiben die Railguns. Boah, da kommt noch mehr. Echt mal, warum sind die Railguns noch nicht da? Jetzt bin auch noch wieder die Drohnen. Aber schau, wir müssen hier ein bisschen helfen auf der Seite. Boah, die haben den Panzer hier zerstört. Den mega fetten. Komm, lad die Miniguns nach. Boah, wie viele Frösche es sind. Boah, ich befürchte, ich bin gleich down. Big Star. Jetzt ist der Mittags wieder Eindruck bereit. Boah. Boah, jetzt unbedingt ein Medikit. Irgendwo her. Der schießt mir, der Scheißschrott bin direkt ins Gesicht. Ah, fuck, er hat mich erwischt. Relax, du musst mir helfen. Fuck, werden wir überrannt. Oh ja, oh ja. Wo bist du denn da? Ich lieg hier im Gras. Boah, Meddax, pass auf. Oh, nee, das wird das. Oh, echt, ein Schuss hätte getroffen, Tom. Oh, scheiße. Ja, der konnte nicht mehr viel haben. Fuck. Boah, ich muss, ich muss nochmal zurück. Ich muss andere Waffen nehmen. Ich hab jetzt nichts für die Distanz. Also nichts Richtiges. Ich musste mit den Raketen, muss ich einfach zu nah ran. Boah. Wies, 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 wies. Ist denn irgendwas, womit ich das auch irgendwie... Ja, gut, ich hab halt noch die Mörser. Die Mörser sind halt auch so eine Sache. Powerdine. Ja, der ist auch nicht... Er hat zwei Kapazitäten. Die Möglichkeit wär's. Ich glaub, ich muss hier echt auch mal einen Air Raider nehmen. Ja. Und dazu nix Grenadier. Oh, shit. Ich hab den ersten Disconnect. Was, was? Disconnect? Ja. Wo bist du? Also, bist du jetzt im Hauptmenü, oder wo? Ja, genau. Ich müsste eine Einladung von dir bekommen. You have been disconnected from the session. Ja, ich auch. Okay, alles klar. Ich wurde auch rausgeschmissen aus the session. Okay, gut. Na. Okay, warte, ich schick dir die Einladung noch mal. Ups. Gut. Ah, scheiße. Müsstest du eine haben. Ja, genau. Okay, Air Raider ist gut. Alter, ey. Was für eine riesen Armee da. Vor allem, das war ja jetzt gerade eben gegen Ende. Da kam ja noch mal Verstärkung von denen. Ja, genau. Ah, hast du die Einladung angenommen? Ja, enter the room. Okay, perfekt. Bin da, wer noch? Ich bin's da. Heavy Bomber Vester. Aha. Hast du das Ding denn gekriegt? Ja, schon länger. Ja, genau. Den Nikling Self-Propelled Missile Launcher. Den will ich auch. Ich will den auch. Zu viert hätten wir alles gefistelt. Ja, das stimmt allerdings. Also, wenn wir jetzt zu viert hier gewesen wären, wäre es ein bisschen einfacher. Mit zwei von den Super-Raketenwerfern im Hintergrund. Und vorne an der Front noch ein paar Tänzer. Ja, das Problem ist immer, umso mehr Leute man ist, umso mehr Leute man ist, umso schwieriger ist das zeitentechnisch. Ja, das stimmt. Das halt immer alles abzupassen ist immer so eine Sache. Mhm. Ach so. Ja, ich mach drauf dich. Ich dachte, ich hätte es ein Okay gemacht. Ja. Alles klar. Ich warte halt noch so auf den Mittags. Ich wollte halt noch nichts sagen. Ich wollte halt einfach nur Hilfe sagen. Weißt du, was interessant ist? Wir haben diese großen Spinnen noch gar nicht gesehen, ne? Hm. Stimmt. Die mit den Netzen. Stimmt. Okay, Sprite-Fault sollte ich vielleicht mal aufheben, oder? Deal. Ihr bleibt mal bei mir, Fenster. So. Yeah, cool. Starting air raid. Satelliten-Kanone. Hier. Okay. All units, attack. Ja, dann gönne ich den mal. Komm schon. Halt, da war er. Da war er. Jetzt hab ich dich. Ah, ich kann mein Nix Grenadier rufen. Das geht schnell. Oh, wie das guckelt. Oh, wie das guckelt. Wir kriegen von vorne grad ein bisschen Besuch. Aber wir sind jetzt schon besser als letztes Mal. Das stimmt. So, wo ist mein Nix Grenadier? Da. Okay. Oh, das ist für Close Range. Okay, damit muss ich definitiv ein bisschen höher zielen. Ah, eins raus mit. Ich würde da vorne einhalten. Hier ist halt echt mehr after Close Range. Nicht mehr viel Muni. Alter, was hält denn das Mist wieder hinten aus? Okay, ich muss den hier gleich loswerden. Ich muss gleich den nächsten rufen. Ich auch. Ja. Er lacht mir so beschissen. Ich habe hier gerade irgendwie wieder Grund, lauter komisches Lachen gehört. Für mich nicht. Der nächste Nix-Grenadier ist da. Oh, die schwarzen Fenster kommen. Das war schön widespread. Das ist das, was weg muss. Ja, die nerven wirklich. Ja, hier nochmal reinhalten. Da nochmal reinhalten. So weit, so gut. Shit, der Nix-Grenadier ist fertig. Wo sind die denn? Ach, die sind ganz da hinten irgendwo, ne? Angeblich wäre jetzt so eine Elite-Fenstereinheit da. Ah ja, da sind sie. Da sind die schwarzen Fenster. Ich versuche den mal ein bisschen über die Arme zu greifen. Am besten die Satelliten-Kanone. Genau. Aha. Oh, der ist echt gut. Freiheitfall habe ich glaube ich auch. Das ist ein Pridefall, ja. Der hat da hinten ganz schön aufgeräumt gerade. Boah, fuck. Okay, ich sollte vielleicht nicht ganz so weiter die Front. Gut schon. Rapid-Fire-Cannon. Mach was. Oh shit, oh shit. Ah, jetzt kommt wieder die Drohne. Das ist nur schwer zu sagen, wo man da hin zielt. Aberdeen Eier ist nicht so, dass der Ah, ich muss es nicht so ongelenken. Oh, ich muss die sagen. Das ist doch so nicht so. Leben. Ich versuch grad zu dir rüber zu kommen. Warum? Weil ich den erwischt? Ja. Das letzte Mal hatten wir die Seite hier verloren, deswegen wollte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist aber cool. Nein! Ja, Gott sei Dank. Die Räume hier drüben ganz schön mit dem Panzer noch. Aber der tut richtig viel. Okay, ich hab wieder einen erwischt. Boah, fuck. Da kommt die scheiß feindliche Artillerie. Au. Alter, der Satellit zerlegt denn voll. Boah. Okay, ich brauch ein Medikit. Irgendwo her. Ja, da hinten kommt eine ganz schöne Menge. Da ist ein Medikit. Muss nur nah genug rankommen. Ja, Gott sei Dank. Dann schickt halt auch endlich mal die scheiß Railguns. Oh, der kommt. Die Königin. Und er hat mich gesehen. Oh, fucking hell, ja. Was sollen wir dagegen jetzt ausrichten? Komm schon, schieß mit die scheiß Railguns. Wo bleiben die? Okay, sie schießen jetzt. Das ist aber nicht die Railguns. Wo bleiben die Railguns? Das ist ein Altsbeiner. Voll. Nächste Bienenkönige dauuun. Nö, 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 nö. Alter. 5K-Aliens. Ja, aber echt mal. Wo bleiben denn die Railguns? Ach, da kommen sie ja. So, jetzt mach was. Nur nicht sterben. Oh, ich bin sehr leer. 5.000 Alienen sind auf Beijing geöffnet. Wir werden unsere Fähigkeiten umsetzen, um sie in den Suburbsen von Beijing zu verletzen. Es ist Zeit für die Showdown mit den Alienen. Ja, Herr, Herr. Die Viertel ist uns. Okay, die Railgun-Tanks schießen auf jeden Fall. Ja, wir haben sie alle platt gemacht. Sehr gut. Deswegen schafft ich noch eine Kiste oder so eins zu sammeln. Nicht, nicht großartig. Also, der Nix Grenadier, ähm, der Exoskelett ist nicht so gut. Da hätte ich besser den anderen mitgenommen. Ja, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptrolle. Was kommt jetzt? Die Fensline broken. Mein Squad war wirklich verletzt. Sie sind in der gleichen Situation. Das ist die Alien-Main-Force. Okay. Also, jetzt kommt die Hauptgruppe von denen. Ich weiß aber auch nicht, was wir zu erwarten haben. Dann nehme ich aber jetzt mal den normalen Power-Exoskeletten mit. Der Spritefall war nicht schlecht, aber ich glaube, der wird jetzt nicht mehr nützlich sein. Ich brauche irgendwas mit einer richtig hohen Reichweite. Okay. Ich denke mal, ich bin bereit. Eigentlich nicht wirklich, aber ich denke es immer. Wenn jetzt allerdings Schiffe kommen, die wir abschießen müssen, dann haben wir ein Problem. Wie bitte? Ja, wir haben ein Problem. Wir sind frei nicht mal... Hä, wir sind frei nicht mal sechs Mann hier, ne? Wir sind gerade mal sechs Mann. Ja, toll. Ach, du heilige Macrile. Super. Das ist echt mega. Ach, du hast auch schon mal Bomben gesucht. Geguckt. Ja. Okay, dann. Ja, das ist super. Wie sollen wir denn die Teleportation-Ships jetzt abschießen, ne? Ähm... Äh, ja. Scheiße. Es gibt nur eine Möglichkeit. Danke. Nee. Und zwar... Wenn... Wenn ich mein... Wenn ich mein Exoskelett hab, dann... Alter, dieser Penner mit seiner Scheiß... Das ist D-202. Das ist D-202. Vorgeschlagen vor dem Prall. Das sind D-202. Wenn es die Schlagg gibt. Oui ... D-202 ... Das ist bester Position. Der Besikt. ... Das sind ... Der Besikt. Der Besikt. Direkt erzelt. Der Besikt ist langsam ... Der Besikt. Der Besikt. Der Besikt. Der Besikt. Der Besikt. Ich glaube schon, stirb. Es ist ein Kackfrosch. 120 Exoskelette sind jetzt gerade dabei. Es gibt rund 5,000 Aliens, Countless drones und Monsters, mit dem Mothership mit den Barrieren über den Skogen. Any chance to win? Let's just say, there's no second chance if we lose. The human civilization is collapsing. It's very likely we will never rebuild our world if we lose more forces. Even if we lose, we must defeat at least 70% of the enemies or we're doomed without a future. Ja, das Problem ist, wir können halt nicht da oben reinballern. Leider nicht mal im Ansatz. Ich brauche noch genug Punkte, damit ich das Exoskelett rufen kann, ansonsten können wir die Schiffe nicht abschießen. Was ich jetzt aber bei den scheiß Spinnen hier als ziemlich schwer weiß. Vor allem das scheiß Exoskelett ist verdammt teuer. Jetzt können wir noch die roten Ameisen. Jetzt haben wir Probleme. Das reicht immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht das scheiß Ding rufen. Jetzt kann ich's rufen. Okay, das muss aber dann auch funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, war mal ein Problem. Weg mit den Spinnen. Komm schon. Lass das Ding runter. Los. Hemme das Ding. Okay, es funktioniert. Okay. Okay, das erste habe ich abgeschossen. Weiter so. Müssen wir jetzt aufrücken zum nächsten. Boah, Alter. Stirb, Frosch. Okay, ich bewege mich langsam Richtung nächstes. Ja, ich mach hier von der Distanz her. Oh, scheiße. Ich hab fast keine Muni mehr. Ja. Fuck. Ich hab keine Muni mehr an dem Exoskelett. Ja, scheiße. Ich hab auch ein Muni mehr. Ich hab nur noch ein paar Raketen. Versuch trotzdem oben reinzuschießen. Das Exoskelett macht's nicht mehr lang. Ja. Ich bin fürchtet. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, fuck. Ich bin mit im Drittstadt nur dabei. Ah, ich seh mich nicht mehr mehr. Boah. Alter, da kommst du dich, ne? Ich seh halt nicht mehr mehr was. Scheiße, mich hat's erwischt. Oh no. Oh no. Ja. Scheiße. Ja, Mellex, jetzt kriegst du den Rest. Alter, was da auf dem Mellex zustürmt. Was lernen wir daraus? Man braucht immer wieder mal ein Fenster. Überraschenderweise schaffst du es sehr lange da hinten zu überleben. Ey, jetzt kann ich mein Exoskelett wieder rufen. Die werden nicht auffallen. Da ist die nächste Ladung rausgeploppt. Mellex, das ist die Zange von so einem Scheißviech. Alter, wie sie ihn jagen. Keine Chance. Keine Chance. Was lernen wir daraus? Zwei Air Raider klappen nicht immer. Du musst die richtigen Waffen mitnehmen. Ja. Zwei Air Raider klappen nicht immer. Okay, gut. Ich nehme ja das Fenster schon wieder mit. Ja, klar. Jetzt habe ich für den Air Raider das Exoskelett A2 gekriegt. Also die bessere Version. Was hättest du jetzt gerade noch mitgenommen gehabt? Den Powered Exoskeleton Nix A. Und jetzt hätte ich sogar noch den Nix A2. Der wenigstens ein bisschen mehr Munition dabei. Die 2A hattest du mitgenommen gehabt. Was? Achso, du meinst die Satellitenkanone. Ja. Ja. 20 Stück. Okay, machen aber mehr Schaden. Gut. Ja, ich muss trotzdem Fenster jetzt mitnehmen, leider. Bleibt nichts an der Subricht. Gegen die Raumschiffe brauche ich auf jeden Fall wieder unsere Gallic-Kanonen. Ansonsten geht da nix. Ich bräuchte mich um den Kleinkram kümmern, du musst dich um die Schiffe kümmern. Ich bräuchte auf jeden Fall, ich bräuchte auf jeden Fall mal eine neue Gallic-Kanone. Die macht schon langsam gar nicht mehr so viel Schaden. Ja gut, was heißt langsam schon nicht mehr so viel Schaden? Die macht schon noch Schaden. Okay, wir müssen nur immer gucken, dass wir auf jeden Fall zusammen gehen. Also gehen wir erst mal zu dem Rechts, oder? Oder sollen wir erst mal zu dem Links gehen? Ich mach erstmal die Mittleren jetzt erstmal hier meine Bombe hin. Wir können ja schon mal die Frösche anlocken. Weil die kann nicht auf die Distanz... Boah, den hab ich ja jetzt bösen Arm weggeschossen. Mein Axt, wir kriegen Flug... Flugzeuge, die auf uns schießen. Gut, die haben wir schon, ich lagen mir doch, weil sie immer voll. Fuck, jetzt kommen... Jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Drohnen. Ach so, scheiße. Der hat das Essen. Und die Waffe ist ab. Oh, der ist tot. Der ist auch tot. Okay, die Froschviecher. Okay, ich muss noch näher ran. Ich kann doch nicht reinschießen in das Ding da oben. Hol dich von rechts. Mit sechs Soldaten gegen die Masse. Ja, da hast du recht, der Rix. Ist nicht so geil. Aber wir sollen ja nur aushalten, bis die Verstärkung eintrifft. Okay, ich... Ich geh jetzt näher ran. Wir müssen uns da ganz vorsichtig rantatschen. Ich seh da oben... Ich probier mal was. Eine Chance. Jawoll. Scheiße. Scheiße. Mist. Okay, die müssen jetzt erstmal weg. Ich versuche mich gerade, um die scheiße Viecher zu kümmern. Scheiße. Kackspinnen. Ich bin fast tot. Kann sein, dass die eigentlich immer auf mich schießen. Ja, du, der Känkel. Ja, du, der Känkel. Ja, schön, aber wenn der Tanker Boden ist, nützt er auch nix. Fuck. Ach, ihr seid da hinten. Ach so. Scheiße. Braucht ein Medikit. Das ist ein Medikit. Das ist ein Medikit. Das wäre jetzt ein schlechter Scherz. Boah, das war knapp. Stirb da oben. Scheiß Drohne. Okay, wir gehen aber erstmal nach links, oder? Ja, ja, ich hab dich nur im mittleren Bildschirm. Wo du hingehst, dann schieße ich hin. Das braucht Medikits. Ladet doch mal die scheiß Miniguns nach. Fuck! Medikits muss kommen. Ich hab keine Schocks alleine. Den Froschatz zerlegt. Aber kann er nur schießen. Ja, ich hab keine Muni mehr. Du musst mich nur schnell wiederbeleben, dann kann ich... Das ist mein Scheiß, was ich wieder gemacht habe. Das ist mein Scheiß, was ich wieder gemacht habe. Ja, auf, was mich zerschießtun. So. Auch so gut wie fast alle von diesen Scheiß... äh, Drohnen besiegt. Aber da hinten kommen schon wieder die nächsten Frösche. Scheiß, ich muss weg. Das ist schon. Ich muss weg. Oh, scheiß, ich muss weg. Ach, ich hab gewusst, dass es passiert. Ich hätt's bei der alten Taktik lassen sollen. Das ist ja immer noch ne Scheiß-Drohne. Ah, fuck, jetzt hat's mich erwischt. Ja? Ja, ich bin hier vorne alleine. Das ist das Problem. Ich komm nicht mal in die Nähe von dem Scheiß-Schiff. Mellax muss fahren und schießen. Ich bleib' nichts anderes übrig. Den hast du erwischt. Sehr gut. Okay, danke. Okay, ich muss mich jetzt in eins dieser Scheiß-Schiffe da oben kümmern. Okay, der macht bestimmt gleich wieder auf. Bis dahin muss ich in Reichweite sein. Okay, ich bin in Reichweite. Jetzt verpiss dich doch mal, du blöde Kack-Drohne. Ja, ja. Ach, fuck. Das ist... Das nützt nix. Wie lang braucht denn die Verstärkung? Ja, das frag ich mich auch. Ich hab' keine Chance hier vorne. Ich hab' keine Chance hier. Interessanterweise hat Meddax die Soldaten bei sich. Boah, danke. Oh shit, ich hab den falschen... Nein, ich bin gleich wieder tot. Nein, oh. Nein, spring doch. Nein, das ist noch... Wer lacht denn da schon wieder so? Hast du das auch gerade gehört? Nee. Komm schon. Ja, wieder eins down. Du musst ja im Gefahrenbereich raus da. Ja, bin ich. Ich brauche einen Medikit. Aber das ist sowas von... Da liegt ein kleines davon. Da freu' ich nicht eins. Ja. Das heißt gar keins. Wir gehen gleich hier weiter. Komm mir schön hinterher. Ich brauch dich. Da freu' liegen auch noch zwei. Geil. Dass ich das nur überleben darf, dass du mich brauchst. Ja. Aber ohne die Raketen wäre, werde ich jetzt hier tatsächlich auch nichts. Ja. Warte mal, ich versuch mich erstmal... Einer von den Pennern da hinten hat's auf jeden Fall auf uns abgesehen. Und den hab ich auch erwischt. Ja, jetzt kommen erstmal die Frosch-Dudes. Das ist halt echt auf mich abgesehen. Was die für eine Reichweite haben, ey. Wir müssen erstmal die Frosch-Dudes loswerden. Und die Drohnen. So, endlich die Raketen wäre jetzt da. Ach, da oben. Warte mal, da könnte ich doch... Ja, okay, das hab ich schon mal gedamaged. Au! Weg mit dir. Sobald er da oben wieder die Luke aufmacht, schieß ich wieder rein. Jawoll. Ich hab mich schon. Bisschen höher. Yes! So, jetzt hab ich die Dacke aufgedrückt. Oh! 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 Ein Frosch-Dudes weniger. Okay. Ich... Wo bist du? Ich bin... Ich bin links neben dir. Rechts von... Von hier aus viel mehr. Ich nähe mich jetzt dem Shifter auf der linken Seite. Oh fuck, wo kommen die ganzen Drohnen her? Ah fuck, was hat mich jetzt erwischt? Ah, da ist noch so'n Frosch-Dude. Oh, oh, ich muss weg. Schnell! Das war knapp. Oh, die Raumschiffe. Oh nein, jetzt kommen die Ameisen. Das hab ich befürchtet. Warum schießt der immer noch auf mich? Komm schon, Soldaten. Ihr müsst mich... Müssen unterstützen. So, erstmal die Waffe abschießen. Oh, die geht voll ins Gesicht. Ja. Alter, ich hab nur noch zwei Leben. Redikit. Oh, nur noch zwei Lebenspunkte. Okay, Metaxe. Wir kümmern uns um da, wo die roten Ameisen rauskommen. Kommst du mit? Naja, ich bin schon so geraten. Neues Gerät. Scheiß Drohne. Aber ne, da wollte ich doch gar nicht hin. Ach, scheiße. Ich muss... Ich muss näher rankommen. Das lustige ist, je mehr ich mit dem Ding schieße, desto weiter rückwärts gehe ich. Jetzt kommt Dash wieder. Geh weg. Geh weg. Da kann ich reinschießen. Nein. Nein. Oh, was? Oh, leck mich. Ich... So, jetzt aber. Weil der jetzt da oben aufmacht, kriegt er eine Ladung. Mach auf! Ja. Ja. Ah, scheiße. Ich hab nen blöder... Drecksameise. Wie solltest du bespreid sein? Ja, bin ich. Okay. Zu welchem als nächstes? Geh weg zu den... Nächsten dran. Ich versuch schon aufzuräumen. Ich glaub, du hast aber die da hinten auch mit angezogen, die Kerle. Fuck, da kommen Bienen. Oh, Kacke. Oh. Okay, das ist jetzt echt ein schlechter Scherz. Okay, weißt du was? Scheiße. Aber ich geh zu dem da ganz hinten. Mit den Bienen werd ich fertig, die schießen nicht so schnell. Aber die... Die Spinnen machen mir mehr Probleme. Trotzdem ein bisschen Luftunterstützung werden schlecht. Bin dabei. Okay. 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 Wir müssen näher ran. Aua. Boah, krieg... Boah, fuck. Einmal stehen geblieben, ey. Ein einziges Mal. Das ist echt scheiße, da ranzukommen, ey. Das sind eindeutig zu viele Landungsschiffe. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleichzeitig alle... ...alle Viecher anlocken, die zu den Schiffen gehören. Wir müssen eins nach dem anderen erwischen. Boah, die Mission, ey. Alter, du bist down. Ja. Ach, echt? Schon seit drei Minuten oder so. Das hast du nicht gesagt. Doch. Ich war so konzentriert. Sammel mit deinem Fahrzeug, weil noch ist kein Gegner auf dich. Sammel... Also nicht losballern. Sammel mit deinem... Nein, das ist mir klar. Ja, sammel mit deinem Fahrzeug erstmal ein paar Medikits. Ich hol dich erstmal gleich zurück. Ja, mach erstmal ein paar Medikits. Also fülle erstmal deine Lebensenergie auf, dass wenn du mir dann gibst, dass sich dann doch gleich ein bisschen mehr aufruft. Ich liege hier ein bisschen entspannt. Ist vielleicht noch verbündetes Soldaten übrig? Oh, schön. Ah ja, da laufen sie. Du musst dir nicht mal aussteigen. Tschüss, mir die Kette doch. Nee. Normalerweise nicht. Das füllt auch deine Lebensenergie so auf. Sicher? Ja. Probier's einfach mal beim nächsten. Ja. 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 Versuch bitte nicht in Richtung der Bienen zu schießen. Das ist unser Tod. Wir kümmern uns jetzt erstmal um eins nach dem anderen. So. Der nimmt immer noch drei. Ja. Okay. Also links. Wir gehen jetzt links zu dem. Ja. Ja. Und natürlich hat er die Luke wieder dicht gemacht. Okay. Dann können wir nochmal nachladen. Man macht gleich auf. Falls er aufmacht, jetzt. Shit. Ja. Geh weg. Okay. Holen wir mal schnell ein paar Medikits und dann geht's weiter. Und so machen wir das jetzt mit den ganzen Scheißdingern. Die Frage ist nur, welches ist das nächste? Das da vorne sieht gut aus. Das rechte, ne? Ja. Das ist flinke. Ich glaub das rechte. Sie sieht natürlich, dass das voll wo offene ist. Ja, das war... Das sieht natürlich jetzt alles an. Bei mir. Ja, ich weiß. Das Problem ist, wir werden's... Vielleicht schaff ich's ja, das Raumschiff abzuschießen, ohne dass die Gegner angepimmelt werden. Wenn ich im richtigen Winkel stehe, geht's vielleicht. Manchmal kann ich reingucken, manchmal nicht. Weil noch haben sie mich ja nicht entdeckt. Ich muss nur warten, bis die da oben mal wieder die Luke aufmachen. Ja, ja, alles gut. Ja, von hier... Wenn sie dann kommen, dann schiffen. Von hier ist... Von hier ist... Scheiße. Boah, der Winkel ist aber echt scheiße. Ey, der Winkel ist echt kacke. Ja, einer... Ich glaub, du kannst ja noch... Drei haben schon mal gesessen. Oh, da kommen die Beamen. Hier, hier haben sie getriggert. Ja, jetzt muss ich mich verteidigen. Okay. Wie gesagt, gib du mir einfach ein bisschen Deckung. Ich denk, ich versuch mein Bestes da vorne. Okay, eins hab ich. Ich geh gleich zu dem da hinten. Das werd ich von hier aus nicht erwischen. Aber ich probier's. Ganz entspannt, ganz entspannt. Ich hab schon alles safe, ja? Ah. Du musst beißt mich. Sehr gut. Kämpfe mich nach vorne. Okay, ich bin wieder in Reichweite. Yes. Wieder eins weniger. Da bleibt nur noch eins übrig. Ich bin wieder in Reichweite. Scheiße, muss da aber... Okay, ich muss näher ran. Okay, da kommen nicht mehr allzu viele Ameise raus. Also wir dürften safe haben. Ach komm. So, jetzt aber. Stirb da oben. Komm, eine Kugel noch. Oh. Na komm. Ja komm, machst du mir die Satelliten platt. Das war ja überhaupt nicht übertrieben. Das war ja überhaupt nicht. Gar nicht schwer. Nee, überhaupt nicht schwer. Und die Mission auch dann auf Schwer oder Extrem oder Inferno oder wie auch immer diese Ultra-Krass-Schwierigkeit-Grad heißt. Aber das hat ordentlich... Alter Schwede. Bei mir hat es nur Sachen verbessert, aber ich habe nichts Neues gekriegt, oder? Für einen Ranger... Kombitbomber kam 6 Plan 3 hat er neu. Für... Für einen Air Raider habe ich die Limpet Gun M2. Aber... Ja gut, ansonsten nichts großartiges Neues. Aber die FG-8 Gatlin wurde verbessert. Das ist gut. Aber ich glaube, wir machen mal ein andermal weiter, ne? Wollen wir nicht wenigstens noch die Mission machen, dann haben wir 40 bei der nächsten. Achso, ja okay, dann machen wir das so. Das kriegen wir noch hin. Extrem Inferno. Was? Schwer Extremist Inferno als Schwierigkeit. Ja. So in etwa. So, was kommt jetzt? Closing in. Survival. Sick at Anna. Send all the ammo to the enemy. Yes. Das werden wir wohl tun. Ich bleib einfach Fenster. Bleib nichts anderes übrig. Besser ist es. Ja. Hoffentlich haben wir dieses Mal ein bisschen mehr Verstärkung. Aber wieder über vier Stunden gestreamt, ne? Ja. Oha. Oh, wir kriegen sofort Artillerie ab von Fröschen. Au. Okay, ja. Da kommt überhaupt was. Okay, jetzt reiz. So viele. Alter, ich hab jetzt schon kaum noch Lebensenergie. So, erstmal Skröbs wegmachen. Ja, ja. Das ist mir auch gerade so. Ja, wo bleiben die Grim Reaper? Soll mal zusehen. Boah. Äh. Hey, mich hat irgendwas in ein Medikit reingeschleudert. Wir kriegen ein kleines Problem, glaube ich. Wenn ich so auf das Radar gucke, da ist ja irgendwie... Irgend so eine komische große Armee. Alter, echt jetzt? Boah. Ich komm gar nicht klar. Ja, mich hat er... Mich haben die Artillerie-Dudes hier ein bisschen... Ich bin down. Ja, ich muss mich aber erstmal hier um die kümmern. Das geht grad grad. Scheiße. Alles cool. Alles cool. Nee, gar nichts ist cool. Scheiße. Komm schon, was ist los? Ich hab keine Chance. Ich muss hier weg. Mann! Ey, ich lag einmal kurz da und dann kriegst du sofort wieder... Du wachst dich jetzt mit dem Scheiß-Dinger auf mich zu schießen. Boah, ich seh nix. Ich werd nur noch gegriffen. Boah, alter Schwede. Was da rumläuft? Hat mich aber zumindest halbwegs in deine Richtung geschleudert. Was da rumläuft, ey? Nullschung. 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 Meißen, die einen die ganze Zeit festhalten. Ja. Die Knuddelspinnen. Die Knuddelspinnen, obwohl man das schlechtes wurde. Die haben mich erwischt. Ja. Die haben mich erwischt. Alter Finne. Damit hab ich nicht gerechnet. Das wird ganz schön heftig. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie am Anfang... Probieren wir es nochmal. Einmal probieren wir es noch. Ich mein, wir hatten beim Vierer auch solche Missionen. Da hat man ja gedacht, wie soll man das schaffen? Ja, ja. Vor allem hätten wir auch... Das Schlimme ist... Vor allem hätten wir auch mehrere Missionen hintereinander, wo wir dann gesagt hatten... Boah, ey. Das hört doch gar nicht mehr auf. Das Schlimme ist die blöden Artillerie-Penner, die da hinten rumballern. Oh, wir werden halt einfach zerquetscht am Anfang. Ich versuche einfach rückwärts zu laufen. Wenn wir sie alle so ein bisschen immer vor uns halten, dann können wir sie vielleicht besser bekämpfen. Was natürlich leichter gesagt ist, als getan. Okay, ich kann sie da vorne ein bisschen zurückhalten. Aber nicht viel. Wir kommen zur Hilfe. Häng in da. Sehr gut, Meddax. Immer weiter. Wo denn? Jetzt kommen die Kackspinnen von der anderen Seite. Ja. 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 Komm schon. Wir müssen sie unterdrücken. Ja, das... Ah. Ah, shit. Blöden Frosch-Duts. Komm und hol euch. Ja, ich hab sie. Ich hab die Frosch-Duts erledigt. Kann es sein, dass wir wirklich gerade die Oberhand gewonnen haben? Nur indem wir einfach rückwärts gegangen sind und gefeuert haben? Freu dich nicht so früh. Ja. Wir haben zumindest die erste Welle überlebt. Freu ich mich. Confirm, Mother Monster. Was? Mother Monster? Ach, nee. Ach, du Scheiße. Oh, Kacke. Du willst gar nicht gucken, was da vorne um die Ecke kommt jetzt gleich. Nee, will ich auch gar nicht. Ja. Ist doch nicht fair. Ja. 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 Ich hab ein Headset rum. Mach was. Das sind auch noch rote Drohnen. Echt jetzt. Wissen, das ist scheiß Riesenvieh. Boah, wacke. Ich springe auch noch voll rein. Komm, schau, stirb. Will nicht so wirklich sterben. Yo. Ich glaub, das war so. Ja, das war so. Ja, jetzt bleiben nur noch die roten Drohnen. Wo ist die scheiß rote Drohne? Die war doch grad noch hier. Da hinten ist noch eine Königin. Ich baller erst mal kurz ein bisschen auf die rote Drohne, weil die nervt. Wo ist die Königin? Hinten rechts. War noch eine. Können wir denn die scheiß Landungsschiffe nicht abschießen? Ich glaub nicht. Das ist einfach zu viel, was die da rausschmeißen. Bin mir nicht sicher. Ich glaub, wir kommen nicht nah genug ran, dass ich die abschießen könnte, oder? Das wäre nämlich echt von Vorteil. Ich probier's einfach mal. Ich geh jetzt näher ran. Oh shit, da ist die Königin direkt neben mir. Oh shit, ich bin fast in Reichweite. Ja klar, jetzt kommst du wieder angeschissen. Komm schon. Noch ein paar kleine Hüpfer, dann bin ich da. So, jetzt ab. Ich hab eins von den Landungsschiffen abgeschossen. Ja, ich hab das gesehen. Ich hab dann der Tag immer die Königin festgemacht. Sehr gut. Ich nähere mich jetzt dem ganz hinteren Landungsschiff. Komm, spring. Zum Glück liegen hier genug von diesen Medikids rum. Danke für die Hilfe. Meine Hilfe ist oder du hast? Ja, ja. Die hat funktioniert grad. Ich bin auch in die richtige Richtung geschossen. Mist. Ja, die eine hat aber noch gekriegt. Wow. Oh, Medikids hat wieder hergeschossen. Das sieht man aber sofort. Yes, wieder eins weg. Ich hab eine rote Drohne abgeschossen. Da kann ich auch immer stolz drauf sein. Komm, komm aus Beijing. Die Glückwunsch ist ours. Was? Ey, die haben mit Beijing gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch die da vorne kalt machen. Irgendwie glaub ich, irgendwie glaub ich noch nicht so möglich, dass wir gewonnen haben. Ich glaub ich auch nicht. Ich bin ja immer skeptisch. Ja, das glaub ich. Ach, hier vorne sind die anderen Fenster. Oh shit. Ich seh nix. Verpasst euch von mir. Jawoll. Boah, liegen hier viele Kisten rum, ey. Was haben denn die Fenster hier aufgeräumt, ey? Leck mich. Schnell noch ein paar Kisten einsammeln. Ja, ist noch eine. Hier sind noch so viele. Wir könnten jetzt uns Zeit lassen, weil da ist nur noch eine, ein Gegner. Ja, okay. Anscheinend haben wir gewonnen, weil die fangen hier schon wieder an zu singen. Boah, Wahnsinn, ey. Nicht gedacht, dass wir die Mission noch schaffen. Auf jeden Fall der ganze Kram an der Sonne. Da ist die rote Drohne. Ich hole mir mal die Fenster, äh, die Fenster dazu. Los, helf mal. Das war ich schon. Ach, die, die hat aber nicht mehr viel ausgehalten. Ja, Fenster, Brüder. Da hätten sie noch mehr Fenster. Kein Problem. Ah. Jawoll. EDF. Oh, ich hab'n neuen Bomber für den Air Raider. Combat Bomber KM6 Plan 3. CI Gun 2A hat sich geabredet. Alter, Finne, ey. Ohne Scheiß, die Mission war echt knackig. Das Lustige ist, die nächste Mission heißt Assaulting the Outpost. Also, die laufende Festung. Die gibt's ja auch noch. Ja. Ja. Die gibt's noch. Dann noch dieses andere komische Riesenviech. Was sich rumrollt. Dann noch die Mutterschiffe. Da kommt noch ein bisschen was. A little bit. Ja. Alter, Finne. Beim Air Raider muss ich auch mal. Ich mach mal den da mit rein. Alter. Es ist halb eins. Fünf, viereinhalb Stunden knapp. Jo. Streamt. Der wird wieder so zwölf Stunden ungefähr im Rändern brauchen, bis ich den durchgerendert hab. Die davor war schlimmer, die Mission. Ja, das stimmt. Die davor war schlimmer. Ja, wir sind jetzt... Bei der Mission jetzt gerade eben, da haben wir jetzt mal eine andere Taktik gemacht. Da sind wir einfach rückwärts gegangen und haben die einfach auf eine Seite gehabt. Und es hat funktioniert. Wir haben überlebt. Die Erde gerettet. Ein bisschen. Und nur nicht komplett. Ach ja. Aber schön. Schönes Ding. Wir haben jetzt eine insgesamt Spielzeit von 16 Stunden. Also hab ich zumindest. Dürfte ich ja nicht weit ver... Nee, du hast offline noch gespielt, ne? Ja, ich hab offline ein bisschen gespielt. Normal Difficulty Completion Rate 8%. 8% haben wir jetzt. Mit dem Fenster hab ich aber 21%. Auf normal. Also... Müssten wir jetzt so bei 25% sein. 8 Stunden 57 Gameplay. Hab ich. Nicht schlecht. Wie viele Aliens hab ich denn schon erledigt? Kann man das da sehen? Irgendwo in der Statistik? Ach da. Okay. Mother Monsters. Ach so. Und wenn ich das alles so grob über den Daumen zusammenrechne, dann bin ich jetzt auch so bei 5000 Aliens hab ich das selber schon besiegt. Vor allem, das waren bestimmt doch nicht alle Gegner, die wir gekriegt haben. Nee. Die Liste geht bestimmt noch ein Stückchen. heilige Sprechle. Boah. So. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Oh. Und sag viel lieben Dank fürs Zuschauen. Mennachs, es war mir wie immer ein Vergnügen. Wir werden uns kurz schließen. Auf jeden Fall. Und es geht weiter. Es muss weitergehen. Es muss immer weitergehen. Ja, das ist richtig. Alles klar. Okay, dann haut rein. Schönen Abend noch. Und bis dann. Ciao. 疏'n Herr. Schönen Abend noch mal. Alles klar. ebenqueí. Casa da eine Schönen Abend. Die pane找 stuff des Obenom kontos. Wie geht noch? Ich ob 가까el Herzen. Und 어머.